Träume im Hexenhaus Träume des modrigen und verfluchten Mansartenzimmers, in dem er schrieb und studierte und mit Zahlen und Formeln rang, wenn er sich nicht gerade auf dem kargen Eisenbett wälzte. Seine Ohren entwickelten eine übernatürliche und unerträgliche Empfindlichkeit, und er hatte schon seit Langem die billige Kaminuhr abgestellt, deren Ticken ihm wie das Donnern von Artilleriekanonen vorkam. Nachts genügte das leise Rühren der schwarzen Stadt draußen, das unheimliche Wuseln der Ratten in den wurmstichigen Zwischenwänden und das Knarren der verborgenen Balken in dem jahrhundertealten Haus, um in ihm das Gefühl eines schrillen Pandemoniums hervorzurufen. Unablässig wimmelte die Dunkelheit von unerklärlichen Geräuschen, und doch zitterte er manchmal vor der Angst, dass die Geräusche, die er hörte, nachlassen und ihn bestimmte andere, schwächere Laute hören ließen, die er hinter all dem vermutete. Er wohnte in der alten, sagenumwobenen Stadt Arkem mit ihren dicht gedrängten Giebeldächern, die sich über den Dachböden wölbten, wo sich die Hexen in den dunklen, alten Tagen vor den Männern des Königs versteckten. Jedoch war kein Ort in dieser Stadt mehr von den makabren Erinnerungen durchdrungen, als die Giebelkammer, die ihn beherbergte. Denn es war dieses Haus und dieses Zimmer, welches auch die alte Kesaya Mason beherbergt hatte, deren Flucht aus dem Gefängnis von Salem sich niemand hatte erklären können. Das war im Jahre 1692. Der Wärter war verrückt geworden und hatte von einem kleinen, pelzigen Tier mit weißen Reiszähnen geschwafelt, das aus Kesayas Zelle gekrochen war, und nicht einmal Cotton Mather konnte die Kurven und Winkel erklären, die mit einer roten, klebrigen Flüssigkeit auf die grauen, steinernen Wände der Zelle geschmiert worden waren. Möglicherweise hätte Gilman nicht so intensiv studieren sollen. Nicht-euklidische Mathematik und Quantenphysik allein reichen aus, um jedes Gehirn zu strapazieren. Und wenn man sie mit Volksglauben vermischt und versucht, hinter den schaurigen Andeutungen der fantastischen Geschichten und den wilden Erzählungen aus den Kaminzimmern, einen seltsamen Hintergrund der mehrdimensionalen Realität aufzuspüren, kann man kaum erwarten, völlig frei von geistiger Anspannung zu bleiben. Gilman stande aus Haverhill, aber erst seit er die Universität in Arkham besuchte, begann er, seine Mathematik mit den fantastischen Legenden über alte Zauberkünste zu verbinden. Irgendetwas in der Luft der altehrwürdigen Stadt wirkte auf undurchsichtige Weise auf sein Gemüt. Die Professoren der Miskatonic-Universität hatten ihn gedrängt, kürzer zu treten, und er hatte sein Studium an mehreren Stellen freiwillig eingeschränkt. Außerdem hatten sie ihn davon abgehalten, die fragwürdigen alten Bücher über verbotenes Wissen zu studieren, die in einem Kellergewölbe der Universitätsbibliothek hinter Schloss und Regel aufbewahrt wurden. Aber all diese Vorsichtsmaßregeln kamen zu spät, sodass Gilman einige schreckliche Andeutungen aus dem gefürchteten Necronomikon von Abdul Al-Hasrit, dem fragmentarischen Buch von Aibon und dem verbotenen Buch »Unaussprechliche Kulte« von Junst besaß, die er mit seinen abstrakten Formeln über die Eigenschaften des Raumes und die Verbindung von bekannten und unbekannten Dimensionen in Beziehungen setzen konnte. Er wusste, dass sich sein Zimmer in einem alten Hexenhaus befand, und genau dies war auch der Grund, warum er es bezogen hatte. In den Akten von Essex County war viel über Cassiah Masons Prozess zu finden, und was sie unter der Folter dem Scharfrichter gestanden hatte, faszinierte Gilman über alle Maßen. Sie hatte dem Richter Hathorn von Linien und Kurven erzählt, die durch die Wände des Raumes hindurch in andere Räume führen konnten, und hatte angedeutet, dass solche Linien und Kurven häufig bei bestimmten, mitternächtlichen Treffen im dunklen Tal des Weißen Steins jenseits von Meadow Hill und auf der unbewohnten Insel im Fluss benutzt wurden. Sie hatte auch vom »Schwarzen Mann« gesprochen, von ihrem Schwur und von ihrem neuen geheimen Namen. »Nahab«, dann hatte sie diese Zeichen an die Wände ihrer Zelle gemalt und war verschwunden. Gilman verdächtigte Cassiah unglaublicher Dinge und hatte ein eigentümliches Kribbeln verspürt, als er erfuhr, dass ihre Behausung nach mehr als 235 Jahren noch stand. Als er die verstohlenen Gerüchte aus Arkham über Cassiahs fortwährende Anwesenheit in dem alten Haus und den engen Gassen hörte, über die ungewöhnlichen menschlichen Zahnabdrücke, die an einigen Schläfern in diesem und anderen Häusern gefunden worden waren, über die kindlichen Schreie, die man am Abend der Walpurgisnacht und zu Allerheiligen hörte, über den Gestank, der oft nach diesen gefürchteten Festen auf dem Dachboden des alten Hauses zu vernehmen war, und über das kleine pelzige Ding mit den scharfen Reißzähnen, das das verfallene Gebäude und die Stadt heimsuchte und die Menschen in den düsteren Stunden vor der Morgendämmerung neugierig beschnupperte, beschloss er, um jeden Preis an diesem Ort zu wohnen. Ein Zimmer war leicht zu bekommen, denn das Haus war unbeliebt, schwer zu vermieten und seit langem als billige Unterkunft bekannt. Gilman hätte nicht sagen können, was er dort zu finden erwartete. Aber er wusste, dass er in dem Gebäude wohnen wollte, in dem irgendein Umstand, einer einfachen alten Frau aus dem 17. Jahrhundert, mehr oder weniger zufällig, Einblicke in mathematische Tiefen gegeben hatte, die vielleicht die modernsten Erkenntnisse von Planck, Heisenberg, Einstein und de Sitter übertrafen. Überall, wo der Putz herunterbröckelte, untersuchte er das Gebälk und die groben Wände auf Spuren von geheimnisvollen Mustern, und innerhalb einer Woche gelang es ihm, das östliche Mansardenzimmer zu ergattern, in dem Kesaya ihre Zauberrituale praktiziert haben soll. Es hatte von Beginn an leer gestanden. Niemand war jemals bereit gewesen, dort lange zu verweilen, und der polnische Hausbesitzer vermietete es nur ungern. Doch bis zur Zeit des Fiebers geschah nichts mit Gilman. Keine gespenstische Kesaya huschte durch die düsteren Säle und Kammern, kein kleines pelziges Tier kroch in seinen finsteren Schlafraum, um ihn zu beschnüffeln, und keine einzige Spur von Beschwörungen oder Flüchen der Hexe, belohnte seine unausgesetzte Suche. Manchmal unternahm er Spaziergänge durch das schattige Gewirr ungepflasterter, mutrig riechender Gassen, in denen uralte, gilbige Häuser unbekannten Alters sich neigten und schwankten und spöttisch durch enge, kleine Fenster lugten. Er wusste, dass hier einst seltsame Dinge geschehen waren, und ihn beschlich die leise Ahnung, dass nicht alles von dieser monströsen Vergangenheit zumindest in den dunkelsten, engsten und verwinkelsten Gassen vollständig getilgt worden war. Er ruderte auch zweimal zu der wenig beachteten Insel im Fluss hinaus und fertigte eine Skizze der eigenartigen Winkel an, die von den moosbewachsenen Reihen grauer Meniere geschrieben wurden, deren Ursprung so ungewiss wie uralt war. Gilmans Zimmer hatte eine ansehnliche Größe, aber eine äußerst seltsame unregelmäßige Form. Die Nordwand neigte sich vom äußeren zum inneren Ende hin merklich nach innen, während die niedrige Decke in der gleichen Richtung leicht abfiel. Abgesehen von einem offensichtlichen Rattenloch und den Anzeichen anderer bereits verstopfter Löcher gab es keinen weiteren Zugang zu der kleinen Kammer, die sich zwischen der schrägen Wand und der geraden Außenwand der Nordseite des Hauses befunden haben musste, obwohl ein Blick von außen zeigte, wo ein Fenster in sehr ferner Vergangenheit zugemauert worden war. Der Dachboden über der Decke seines Zimmers, der einen merkwürdig abfallenden Fußboden haben musste, war ebenfalls unzugänglich. Als Gilman eine Leiter zu dem mit Spinnweben übersäten Dachboden hinaufkletterte, fand er die Überreste einer früheren Öffnung, die fest und dicht mit alten Brettern abgedeckt und mit denen der kolonialen Bauweise üblichen robusten Holzpflöcke gesichert war. Keine noch so große Überredungskunst allerdings konnte den starrsinnigen Hausherrn dazu bringen, Gilman eine der beiden verschlossenen Kammern untersuchen zu lassen. Mit der Zeit jedoch widmete er sich immer intensiver den unregelmäßigen Wänden und Decken seines Zimmers, denn er bemerkte in der seltsamen Anordnung ihrer Winkel eine mathematische Bedeutung, die ihm vage Hinweise über ihren Zweck zu geben schien. Die alte Kessaya, so überlegte er, könnte gute Gründe gehabt haben, in einem Zimmer mit seltsamen Winkeln zu leben. Denn war es nicht so, dass sie behauptet hatte, durch bestimmte Winkel die Grenzen der uns bekannten Welt überschritten zu haben? Sein Interesse wandte sich allmählich von den unerforschten Räumen jenseits der schrägen Flächen ab, da es den Anschein hatte, dass der Zweck dieser Flächen die Kammer betraf, in der er sich befand. Die Anflüge von Hirnfieber und die daraus resultierenden Träume begannen Anfang Februar. Schon seit einiger Zeit hatten die seltsam gewinkelten Ecken in Gilmens Zimmer eine seltsame, fast hypnotische Wirkung auf ihn. Und je weiter der trübe Winter voranschritt, desto intensiver starrte er auf die Ecke, wo die nach unten geneigte Decke auf die nach innen geneigte Wand traf. In dieser Zeit beunruhigte ihn seine Unfähigkeit, sich auf seine formalen Studien zu konzentrieren, sehr, da er die Halbjahresprüfungen fürchtete. Jedoch war der übersteigerte Hörsinn kaum weniger beunruhigend. Das Leben war zu einer beharrlichen und fast unerträglichen Kakophonie geworden und verlieh ihm diesen ständigen, erschreckenden Eindruck, dass andere Geräusche, vielleicht aus Regionen weit jenseits der uns bekannten Welt, am Rande der Hörbarkeit zitterten. Was die konkreteren Geräusche betraf, so waren die der Ratten in den alten Gemäuern die schlimmsten. Manchmal schien ihr Kratzen nicht nur verstohlen, sondern mutwillig zu sein. Kam es jenseits der schrägen Nordwand, mischte es sich mit einer Art trockenem Rasseln. Und wenn es von dem jahrhundertealten Dachboden über der schrägen Decke herrührte, zerriss es Gilman regelrecht vor Anspannung, als erwarte er ein Grauen, das nur darauf wartete, herabzusteigen und ihn völlig zu verschlingen. Die Träume waren völlig jenseits aller Vernunft und Gilman spürte, dass sie eine Folge seiner Studien in Mathematik und altertümlicher Lehren sein mussten. Er hatte zu viel über die unbekannten Regionen nachgedacht, von denen seine Formeln sagten, dass sie jenseits der uns zugänglichen drei Dimensionen liegen mussten und über die Möglichkeit, dass die alte Cassiah Mason, geleitet von einem Einfluss jenseits aller Vorstellungen, tatsächlich das Tor zu diesen Orten gefunden hatte. Die vergilbten Gerichtsakten, die ihre Aussage und die ihrer Ankläger enthielten, waren so verdammenswert eindringlich in Bezug auf Dinge, die jenseits menschlicher Vorstellungskraft lagen. Und die Beschreibungen des kleinen pelzigen Wesens, das ihr als Vertrauter diente, waren trotz ihrer unglaublichen Einzelheiten so schmerzhaft glaubwürdig. Dieses Tier, das nicht größer war als eine große Ratte und von den Einwohnern Brown Jenkins genannt wurde, schien das Resultat eines bemerkenswerten Falles von mitleidigem Massenwahn zu sein, denn im Jahr 1692 hatten nicht weniger als elf Personen behauptet, es gesehen zu haben. Auch in jüngster Zeit gab es Gerüchte, die in verblüffender und beunruhigender Weise übereinstimmten. Die Zeugen sagten, es habe lange Haare und die Form einer Ratte gehabt, aber sein scharfzahniges, wertiges Gesicht sei bösartig menschlich gewesen, während seine Pfoten wie winzige menschliche Hände aussahen. Es nahm Botschaften zwischen der alten Kesaja und dem Teufel entgegen und wurde vom Blut der Hexe genährt, dass es wie ein Blutsauger trank. Seine Stimme war eine Art abscheuliches Gekicher und es konnte alle Sprachen sprechen. Von all den bizarren Monstrositäten in Gilmens Träumen erfüllte ihn nichts mit größerer Furcht und Übelkeit als dieses kleine, gotteslästerliche Mischwesen, dessen Gestalt in einer Form durch seine Träume huschte, die tausendmal abscheulicher war als alles, was sein wacher Verstand aus den alten Gerichtsakten und dem neuzeitlichen Gerede geschlossen haben konnte. Gilmens Träume bestanden größtenteils aus Stürzen durch endlose Abgründe von unerklärlich gefärbtem Zwielicht und verblüffend wirrem Lärm. Abgründe, deren materielle und gravitative Beschaffenheit und deren Beziehung zu seinem eigenen Wesen er sich nicht einmal ansatzweise erklären konnte. Er ging oder kletterte nicht, flog oder schwamm nicht, kroch oder schlängelte sich nicht, dennoch erlebte er stets eine teils freiwillige, teils unfreiwillige Form der Bewegung. Er wusste seinen eigenen Zustand nicht richtig einzuschätzen, denn die Sicht auf seine Arme, Beine und seinen Rumpf schien immer durch eine seltsame Störung der Perspektive abgeschnitten zu sein, aber er hatte das Gefühl, dass seine körperliche Gestalt und Fähigkeiten auf wundersame Weise verändert und verzerrt dargestellt waren, wenn auch nicht ohne eine gewisse groteske Beziehung zu seinen eigentlichen Proportionen und Eigenschaften. Die Abgründe waren keineswegs leer, sondern wimmelten von unbeschreiblich verwinkelten Objekten fremdartig gefärbter Substanz, von denen einige organisch und andere anorganisch zu sein schienen. Einige der organischen Objekte weckten düstere Erinnerungen in seinem Geist, obwohl er sich keine bewusste Vorstellung davon machen konnte, wem sie auf so spöttischer Art ähnelten oder was sie andeuteten. In den späteren Träumen begann er sie, verschiedenen Klassen zuzuordnen, in welche sich die organischen Objekte scheinbar einteilen ließen und wo sie sich vollkommen in Verhalten und tieferer Triebkraft unterschieden. Eine dieser Klassen schien ihm Objekte zu umfassen, die in ihren Bewegungen etwas weniger unlogisch und reflexartig waren als die anderer. Alle Objekte, organische wie anorganische, entzogen sich jeder Beschreibung oder gar jeder Vorstellung. Gilman verglich die anorganischen Dinger manchmal mit Prismen, Labyrinthen, Anhäufungen von Würfeln und Flächen und zyklopischen Bauwerken. Und die organischen kamen ihm vor wie Gruppen von Blasen, Kraken, Tausendfüßlern, lebenden Hindu-Götzen und verschlungenen Arabesken, die zu Schlangen ähnlicher Lebendigkeit erwacht waren. Alles schien unsagbar bedrohlich und schrecklich, und wann immer eines der organischen Gebilde seine Bewegungen wahrzunehmen schien, verspürte er einen starken, grässlichen Schauder, der ihn meist wachrüttelte. Wie sich die organischen Wesenheiten fortbewegten, konnte er ebenso wenig beurteilen wie seine eigene Bewegung. Mit der Zeit entdeckte er ein weiteres Mysterium. Die Tendenz bestimmter Wesenheiten, plötzlich aus dem leeren Raum aufzutauchen und mit gleicher Plötzlichkeit wieder zu verschwinden. Das kreischende, brüllende Chaos von Geräuschen, welche die Abgründe durchdrangen, entzog sich jeder Beurteilung in Bezug auf Tonhöhe, Klangfarbe oder Rhythmus. Es schien jedoch synchron mit den kaum wahrnehmbaren Verwandlungen all dieser unbestimmbaren Objekte, seien sie nun organisch oder anorganisch. Gilman hatte stets die Befürchtung, dieser Lärm könnte während der einen oder anderen dieser obskuren, unablässigen Verwandlungen eine Lautstärke unerträglichen Ausmaßes erreichen. Aber nicht in diesen Strudeln der völligen Entfremdung sah er Brownchenkin. Diese schockierende kleine Biest war bestimmten helleren, einpräksameren Träumen vorbehalten, die ihn überfielen, kurz bevor er in die tiefsten Tiefen des Schlafes fiel. Er lag im Dunkeln und kämpfte darum, wach zu bleiben, als ein schwacher, glühender Schein in der Mitte des Raumes zu schimmern schien und in einem violetten Nebel die schiefen Wände erkennen ließ, die sich so heimtückisch seines Geistes bemächtigt hatten. Das Scheusal schien aus dem Rattenloch in der Ecke herauszukommen und mit boshafter Vorfreude in seinem winzigen, bärtigen Menschengesicht über den durchhängenden, breiten Dielenboden auf ihn zuzustürmen. Aber, den Himmel sei Dank, verflog dieser Traum immer, bevor das Wesen nahe genug herankam, um ihn zu beschnüffeln. Es hatte entsetzlich lange, scharfe Reißzähne. Jeden Tag versuchte Gilman, das Rattenloch zu verstopfen, doch in jeder Nacht nagten die wahren Bewohner der Zwischenwände das Hindernis weg, egal, was es auch war. Einmal ließ er den Vermieter ein Stück Blech darüber nageln, aber in der nächsten Nacht nagten die Ratten an anderer Stelle ein neues Loch und stießen oder zerrten ein merkwürdiges, kleines Knochensplitterchen in den Raum hinein. Gilman ging mit seinem Fieber nicht zum Arzt, denn er wusste, dass er die Prüfungen nicht bestehen konnte, würde er in die Universitätsklinik eingewiesen, wo er doch jede Sekunde zum Lernen benötigte. So fiel er in Mathematik und höhere, allgemeine Psychologie durch, allerdings nicht ohne die Hoffnung, den Rückstand bis zum Ende des Semesters noch aufholen zu können. Es war im März, als ein neues Phänomen in seine leichteren Träume drang und zu der albtraumhaften Gestalt von Braun Schenkin gesellte sich ein nebulöser Fleck, der mehr und mehr einer gebeugten alten Frau ähnelte. Diese neue Erscheinung beunruhigte ihn mehr, als er sich erklären konnte, aber schließlich kam er zu dem Schluss, dass es sich um ein altes Weib handelte, dem er zweimal in dem dunklen Gewirr der Gassen in der Nähe der verlassenen Hafendocks begegnet war. Bei diesen Begegnungen hatte ihn der böse, sardonische und scheinbar grundlose Blick der Alten geradezu erschaudern lassen, vor allem beim ersten Mal, als ihn eine übergroße Ratte, die durch den schattigen Eingang einer benachbarten Gasse huschte, auf unerklärliche Weise an Braun Schenkin denken ließ. Jetzt, dachte er, spiegelten sich diese nervösen Ängste in seinen unruhigen Träumen wieder. Dass der Einfluss des alten Hauses unheilsam war, konnte er nicht leugnen, aber sein früheres, morbides Interesse an dem alten Gebäude hielten ihn noch immer dort fest. Er glaubte, dass allein das Fieber für seine nächtlichen Albtraumfantasien verantwortlich war und dass er, sobald seine Anspannung nachließ, von den grässlichen Träumen befreit sein würde. Diese Träume waren jedoch von abscheulicher Lebendigkeit und Eindringlichkeit, und jedes Mal, wenn er erwachte, hatte er das ungute Gefühl, viel mehr erlebt zu haben, als er sich erinnern konnte. Er war sich völlig sicher, dass er in seinen Träumen sowohl mit Braun Schenkin als auch mit der alten Frau gesprochen hatte und dass sie ihn bedrängten, ihnen irgendwohin zu folgen, um einem dritten Wesen von größerer Macht zu begegnen. Gegen Ende März machte er in seinen Berechnungen große Fortschritte, obwohl er von seinen anderen Studien zunehmend beansprucht wurde. Er entwickelte ein intuitives Gespür für das Lösen von Riemannschen Gleichungen und verblüffte Professor Abhem mit seinem umfangreichen Wissen über vier- und höherdimensionale Probleme, die den Rest der Klasse in helles Erstaunen versetzte. Sie diskutierten an einem Nachmittag über mögliche seltsame Krümmungen des Raums und theoretische Punkte der Annäherung oder sogar des Kontakts zwischen unserem Teil des Universums und verschiedenen anderen Regionen, die so unvorstellbar weit entfernt waren wie die entferntesten Sterne oder die transgalaktischen Schlünde selbst oder sogar so sagenhaft weit entfernt wie die denkbaren kosmischen Dimensionen jenseits des gesamten einsteinischen Raum-Zeitkontinuums. Gilmens Ansichten zu diesem Thema erfüllten alle mit Bewunderung, auch wenn einige seiner hypothetischen Ausführungen den stets reichlich vorhandenen Klatsch über seine nervöse und eigenbrötlerische Verschrobenheit anschwellen ließen. Was die Studenten zum Kopfschütteln veranlasste, war seine nüchtern hervorgebrachte Behauptung, dass ein Mensch mit mathematischen Kenntnissen, die zugegebenermaßen jenseits aller denkbaren menschlichen Fähigkeiten liegen, absichtlich von der Erde zu einem beliebigen Himmelskörper schreiten könnte, derer sich so unendlich viele im kosmischen Gefüge befinden. Ein solcher Schritt, behauptete er, würde lediglich zwei Schritte erfordern. Erstens ein Austritt aus der uns bekannten dreidimensionalen Sphäre heraus und zweitens eine Rückkehr in die dreidimensionale Sphäre an einem anderen Punkt von vielleicht unendlich weiter Entfernung. Dass dies ohne Verlust des Lebens geschehen könne, war in einigen Fällen vorstellbar. Jedes Wesen aus irgendeinem Teil des dreidimensionalen Raumes könnte wahrscheinlich in der vierten Dimension überleben und sein Überleben in der zweiten Phase würde davon abhängen, welchen entlegenen Teil des dreidimensionalen Raums es für seinen Wiedereintritt wählen würde. Die Bewohner einiger Planeten könnten in der Lage sein, auf bestimmten anderen Welten zu überleben, sogar auf Welten, die zu anderen Galaxien oder zu ähnlich dimensionalen Bereichen anderer Raumzeit-Kontinua gehören. Obwohl es natürlich eine große Anzahl von gegenseitig unbewohnbaren, wenn auch mathematisch nebeneinanderliegenden Körpern oder Raumzonen geben müsse. Es war auch möglich, dass die Bewohner eines gegebenen Dimensionsbereichs den Eintritt in viele unbekannte und unbegreifliche Bereiche zusätzlicher oder unendlich vieler Dimensionen, sei es innerhalb oder außerhalb des gegebenen Raumzeit-Kontinuums, überleben könnten und dass der umgekehrte Fall ebenso zutreffe. Dies war eine Frage der Spekulation, obwohl man annehmen konnte, dass die Art und Weise der Veränderung, die beim Übergang von einer bestimmten Dimensionsebene zunächst höheren auftritt, die biologische Unversehrtheit, wie wir sie verstehen, nicht zerstören würde. Gilman konnte seine Gründe für diese letzte Annahme nicht gänzlich darlegen, aber seine Unklarheit in diesem Punkt wurde durch seine Klarheit in anderen komplexen Punkten mehr als wettgemacht. Professor Appelm gefiel besonders ein Nachweis der Verwandtschaft der höheren Mathematik mit bestimmten Bereichen der alten mystischen Lehre, welches im Laufe der Jahrhunderte von Wesen, menschlich oder vormenschlich, deren Wissen über den Kosmos und seine Gesetze größer war als das unsere, aus einem unaussprechlichen, vorsintflutlichen Zeitalter überliefert wurde. Um den 1. April herum war Gilman sehr beunruhigt, weil sein leichtes Fieber nicht nachließ. Außerdem beunruhigte ihn, was einige seiner Mitbewohner über seine Schlafangewohnheiten sagten. Es schien, als würde er oft aus seinem Bett verschwinden und ein Knarren des Fußbodens zu bestimmten Nachtstunden wurde von dem Mann im Zimmer unter ihm bemerkt. Dieser sprach auch davon, dass er in der Nacht die Schritte von beschuten Füßen gehört habe. Aber Gilman war sich sicher, dass er sich in diesem Punkt irren musste, denn sowohl Schuhe als auch andere Kleidungsstücke waren am Morgen immer genau an ihrem Platz. Man konnte in diesem morbiden alten Haus alle möglichen akustischen Trugbilder entwickeln. Hatte Gilman nicht selbst bei Tageslicht die Gewissheit, dass andere Geräusche als das Kratzen von Ratten aus den schwarzen Hohlräumen jenseits der schrägen Wand und oberhalb der schrägen Decke kamen? Seine krankhaft empfindlichen Ohren begannen, auf leise Schritte in dem seit Ewigkeiten versiegelten Dachboden über ihm zu lauschen, und manchmal war die Einbildung dieser Geräusche quälend real. Er wusste jedoch, dass er tatsächlich zum Schlafwandler geworden war, denn zweimal hatte man sein Zimmer nachts leer vorgefunden, obwohl alle seine Kleidungsstücke an ihrem Ort waren. Das hatte ihm Frank Elwood versichert, der einzige Kommilitone, der wegen seiner Armut gezwungen war, in diesem schäbigen und verrufenen Haus zu wohnen. Elwood hatte in den frühen Morgenstunden noch studiert und war nach oben gekommen, um ihn um Hilfe bei einer Differenzialgleichung zu bitten, nur um Gilman abwesend vorzufinden. Es war ziemlich unverschämt von ihm gewesen, die unverschlossene Tür zu öffnen, nachdem das Klopfen keine Antwort erbracht hatte, aber er hatte die Hilfe dringend benötigt und geglaubt, dass sein Gastgeber nichts dagegen hätte, wenn man ihn sanft wachrüttelte. Bei keiner der beiden Gelegenheiten war Gilman jedoch anwesend gewesen und als er davon erfuhr, fragte er sich, wo er barfuß und nur mit einem Schlafanzug bekleidet hätte herumlaufen können. Er beschloss, der Sache nachzugehen, wenn die Berichte über seinen Schlafwandel weitergingen und beschloss, Mehl auf dem Boden des Korridors zu verstreuen, um herauszufinden, wohin seine Schritte führten. Die Tür war der einzige denkbare Ausweg, denn vor dem schmalen Fenster gab es keine Möglichkeit, mit den Füßen Halt zu finden. Als der April voranschritt, wurden Gilmans fiebrig gespitzte Ohren durch die wimmernden Gebete eines abergläubischen Webstuhlbauers namens Joe Masurewitsch gestört, der ein Zimmer im Erdgeschoss bezogen hatte. Masurewitsch hatte lange, weitschweifige Geschichten über das Gespenst der alten Kesaja und das pelzige, scharfzahnige, schnüffelnde Ding erzählt und gesagt, dass er manchmal so sehr heimgesucht wurde, dass nur ein silbernes Kruzifix ihm Linderung verschaffen könne. Pater Iwaniki von der St. Stanislaus-Kirche habe es ihm für eben diesen Zweck geschenkt. Jetzt bete er, denn der Hexensabbat käme immer näher. Die Walpurgisnacht, wenn das schwärzeste Unheil der Hölle die Erde durchstreift und sich alle Sklaven Satans zu unaussprechlichen Riten und Untaten versammeln. Es war immer eine sehr schlimme Zeit in Arkham, auch wenn die feinen Leute oben in der Miskatonic Avenue und in der High- und Sultanstall Street vorgaben, nichts davon zu wissen. Schlimme Dinge gingen vor und wahrscheinlich würden ein oder zwei Kinder vermisst werden. Joe wusste überall dies Bescheid, denn seine Großmutter aus der alten Heimat hatte Erzählungen von ihrer Großmutter gehört. Es sei ratsam, in dieser Zeit zu beten und seine Rosenkränze zu zählen. Seit drei Monaten waren Kesaya und Brown Jenkin weder in der Nähe von Joes Zimmer noch dem von Paul Joinskey noch irgendwo sonst gesichtet worden und es bedeutete nichts Gutes, wenn sie sich so zurückhielten. Sie mussten etwas im Schilde führen. Gilman suchte am 16. des Monats einen Arzt auf und war überrascht, dass sein Fieber nicht so hoch war, wie er befürchtet hatte. Der Arzt befragte ihn eingehend und riet ihm, einen Nervenspezialisten aufzusuchen. Wenn er so darüber nachdachte, war er froh, dass er nicht den noch neugierigeren Universitätsarzt konsultiert hatte. Der alte Voltron, der schon zuvor seine Tätigkeiten eingeschränkt hatte, hätte ihm sicher Ruhe verordnet. Ein Ding der Unmöglichkeit gerade jetzt, wo er so kurz vor großen Durchbrüchen in seinen Gleichungen stand. Er befand sich nahe an der Grenze zwischen dem bekannten Universum und der vierten Dimension. Und wer konnte schon sagen, wie weit er noch kommen würde. Aber selbst als ihm diese Gedanken kamen, fragte er sich nach der Quelle seiner seltsamen Zuversicht. Kam all dieses unheimliche Empfinden von den Formeln auf den unzähligen Stücken Papier, die er Tag für Tag bearbeitete? Die verstohlen, leisen, vermeintlichen Schritte auf dem versiegelten Dachboden über ihm waren beunruhig. Und auch jetzt schwoll in ihm das Gefühl, als versuche ihn jemand zu etwas Schrecklichem zu überreden, das er nicht tun durfte. Was hatte es mit dem Schlafwandeln auf sich? Wohin ging er manchmal in der Nacht? Und was waren das für leise Laute, die selbst am helllichten Tage und bei vollem Bewusstsein hin und wieder durch das verwirrende Durcheinander von erkennbaren Geräuschen zu sickern schienen? Ihr Rhythmus entsprach nichts Irdischem, außer vielleicht der Kadenz von ein oder zwei unaussprechlichen Sabbatgesängen, und manchmal fürchtete er, dass sie bestimmten Aspekten des undeutlichen Geschreis oder Gebrülls in diesen völlig fremden Abgründen seiner Träume glichen. Die Träume wurden unterdessen immer grauenhafter. In der helleren Anfangsphase erschien die böse alte Frau nun von teuflischer Deutlichkeit, und Gilman wusste, dass sie diejenige war, die ihn in dem Elendsviertel erschreckt hatte. Ihr gekrümmter Rücken, ihre lange Nase und ihr runzliges Kinn waren unverkennbar, und auch an ihre unförmigen braunen Gewänder erinnerte er sich in jeder Einzelheit. Ihr Gesichtsausdruck war von abscheulicher Bosheit und grauenhaft lustvoller Erregung geprägt, und als er erwachte, konnte er sich an ihre krächzende Stimme erinnern, die auf ihn einredete und ihm drohte. Er müsse den schwarzen Mann treffen und mit ihnen allen zum Thron von Azatot im Zentrum des allumfassenden Chaos gehen. Das war es, was sie sagte. Er müsse mit seinem eigenen Blut das Buch von Azatot unterschreiben und einen neuen geheimen Namen annehmen, jetzt, da seine eigenen Studien so weit gediehen seien. Was ihn davon abhielt, mit ihr und Brown Jenkin und den anderen zum Thron des Chaos zu gehen, wo die dünnen Flöten mechanisch pfiffen, war die Tatsache, dass er den Namen Azatot im Necronomicon gesehen hatte und wusste, dass er für ein Urübel stand, das zu schrecklich war, um es zu beschreiben. Die alte Frau erschien immer aus dem Nichts in der Nähe der Ecke, wo die schräge Decke nach unten auf die schiefe Wand nach innen traf. Sie schien sich an einem Punkt herauszubilden, der näher an der Decke als am Boden lag, und jede Nacht kam sie ein wenig näher und wurde immer deutlicher, bevor der Traum endete. Und Brown Jenkin war zuletzt immer ein wenig dichter herangekommen und seine gelblich-weißen Reißzähne schimmerten schockierend in dieser unheimlichen, violetten Phosphoreszenz. Sein schrilles, abscheuliches Gekicher setzte sich mehr und mehr in Gilmens Kopf fest und er konnte sich am Morgen daran erinnern, wie es die Worte Azatot und Nyarlathotep herausgeschrien hatte. In den tieferen Träumen war ebenfalls alles deutlicher und Gilman spürte, dass die dämmerigen Abgründe um ihn herum die der vierten Dimension waren. Die organischen Gebilde, deren Bewegungen am wenigsten widersinnig und reflexartig erschienen, waren wahrscheinlich Projektionen von Lebensformen unserer Welt, einschließlich der Menschen. Was die anderen in ihren ein- oder mehrdimensionalen Sphären waren, wagte er nicht zu denken. Zwei der sich weniger irrsinnig bewegenden Dinger, eine ziemlich große Ansammlung schillernder, kugelförmiger Blasen und ein sehr viel kleinerer Polyeder in unbekannten Farben und schnell wechselnden Oberflächenwinkeln schienen ihn zu bemerken und ihm zu folgen oder vor ihm her zu schweben, als er seine Position zwischen den titanischen Prismen Labyrinthen, Würfel- und Flächenansammlungen und Quasigebäuden wechselte. Und die ganze Zeit über wurde das unbestimmte Kreischen und Brüllen immer lauter, als ob es sich einem monströsen Höhepunkt von unerträglicher Heftigkeit nähern wollte. In der Nacht vom 19. auf den 20. April kam es zu einer neuen Entwicklung. Gilman bewegte sich halb unwillkürlich in den dämmerigen Abgründen zusammen mit dem Gebilde aus Blasen und dem kleinen Polyeder, die vor ihm her schwebten, als er die eigentümlich regelmäßigen Winkel bemerkte, die von den Kanten einiger riesiger benachbarter Haufen aus Prismen gebildet wurden. In einer weiteren Sekunde war er aus dem Abgrund heraus und stand zitternd auf einem felsigen Abhang, der in intensives, diffuses, grünes Licht getaucht war. Er war barfuß und trug seinen Schlafanzug und als er versuchte zu gehen, stellte er fest, dass er seine Füße kaum heben konnte. Ein wirbelnder Dunst verbarg alles außer dem unmittelbaren Abhang und er schreckte vor dem Gedanken an die Laute zurück, die aus diesem Dunst zu ihm aufsteigen könnten. Dann sah er die beiden schwerfällig auf ihn zugriechenden Gestalten. Die alte Frau und das kleine, pelzige Tier. Die alte Frau ging auf die Knie und schaffte es, ihre Arme auf merkwürdige Weise zu verschränken, während Brown Jenkin mit einer entsetzlich menschenähnlichen Vorderpfote, die er mit offensichtlicher Mühe hob, in eine bestimmte Richtung wies. Angetrieben von einem Impuls, der nicht von ihm stammte, schleppte sich Gilmen auf einem Pfad vorwärts, der durch den Winkel der Arme der alten Frau und die Richtung der Pfote des kleinen Ungetüms bestimmt wurde und bevor er sich drei Schritte weit geschleppt hatte, befand er sich wieder in den dämmerigen Abgründen. Um ihn herum brodelten geometrische Formen und ihm wurde schwindelig und er fiel unaufhörlich. Endlich erwachte er in seinem Bett und in der verwinkelten Mansarde des schaurigen alten Hauses. Er war an diesem Morgen zu nichts zu gebrauchen und blieb dem Unterricht fern. Irgendeine unbekannte Anziehungskraft zog seinen Blick in eine scheinbar belanglose Richtung und er konnte nicht umhin, auf eine bestimmte freie Stelle auf dem Boden zu starren. Im Laufe des Tages änderte sich der Punkt, auf den er seinen Blick richten musste und gegen Mittag hatte er den Drang überwunden, die Lehre anzustarren. Gegen zwei Uhr ging er zum Mittagessen und während er sich durch die engen Gassen der Stadt schlängelte, ertappte er sich dabei, wie er sich immer wieder nach Südosten wandte. Nur mit Mühe konnte er in einer Cafeteria in der Church Street Halt machen und nach dem Essen verspürte er das unheimliche Verlangen noch stärker. Er würde wohl doch einen Nervenspezialisten konsultieren müssen. Vielleicht gab es einen Zusammenhang mit seinem Schlafwandeln, aber in der Zwischenzeit könnte er zumindest versuchen, den morbiden Bann selbst zu brechen. Zweifellos konnte er sich dem Drang noch entziehen, also steuerte er mit großer Entschlossenheit dagegen und schleppte sich zielstrebig die Garrison Street entlang nach Norden. Als er die Brücke über dem Miskatonic erreichte, stand ihm der kalte Schweiß auf der Stirn und er klammerte sich an das eiserne Geländer, während er stromaufwärts auf die unbeliebte Insel starrte, deren regelmäßige Reihen uralter stehender Steine mürrisch in der Mittagssonne brüteten. Dann zuckte er zusammen. Auf der einsamen Insel war eine deutlich sichtbare lebende Gestalt zu sehen und ein zweiter Blick verriet ihm, dass es sich um die seltsame alte Frau handelte, deren unheimliches Aussehen sich so verhängnisvoll in seine Träume eingebrannt hatte. Auch das hohe Gras um ihre Füße bewegte sich, als ob ein anderes Lebewesen dicht über den Boden kroch. Als die alte Frau sich zu ihm umdrehte, flüchtete er überstürzt von der Brücke in den Schutz der verschlungenen Ufergassen der Stadt. Obwohl die Insel weit entfernt war, spürte er, dass ein monströses und unentrinnbares Unheil von dem höllischen Blick dieser gebeugten uralten Gestalt in braunem Gewand ausging. Der Drang nach Südosten hielt immer noch an und nur mit ungeheurer Kraftanstrengung konnte Gilman sich in das alte Haus und die klapprige Treppe hinaufschleppen. Stundenlang saß er schweigend und teilnahmslos da, während sein Blick allmählich nach Westen wanderte. Gegen sechs Uhr vernahmen seine geschärften Ohren die wimmernden Gebete von Joe Manzuchewitsch, zwei Stockwerke tiefer. In seiner Verzweiflung ergriff er seinen Hut und ging hinaus auf die sonnenvergoldeten Straßen, wobei er sich von dem nun direkt nach Süden gerichteten Drang tragen ließ, wohin ihn dieser befahl. Eine Stunde später fand er sich in der Dunkelheit auf den offenen Feldern jenseits des Hangmans Brook wieder und vor ihm funkelten die Frühlingssterne. Das Verlangen zu gehen verwandelte sich allmählich in einen Drang, auf geheimnisvolle Weise in den Raum zu springen und plötzlich wurde ihm klar, wo der Ursprung dieses Sogs lag. Er lag am Himmel. Ein ganz bestimmter Punkt zwischen den Sternen hatte Anspruch auf ihn erhoben und rief ihn. Offenbar war es ein Punkt irgendwo zwischen den Bildern der Hydra und des Argo und er wusste, dass es ihn dorthin drängte, seit er kurz nach dem Morgengrauen erwacht war. Am Morgen war der Punkt unter seinen Füßen gewesen, am Nachmittag war er im Südosten aufgestiegen und jetzt befand er sich ungefähr im Süden, drehte sich aber nach Westen. Was bedeutete diese neue Sache? War er verrückt geworden? Wie lange würde es andauern? Wild entschlossen, drehte sich Gilman um und schleppte sich zurück zu dem düsteren alten Haus. An der Tür wartete Masurewitsch auf ihn und schien sowohl besorgt als auch unwillig zu sein, ihm etwas Neues über den verbreiteten Aberglauben zuzuflüstern. Es ging um das Hexenlicht. Joe war in der Nacht zuvor zu Feierlichkeiten, es war Patriots Day in Massachusetts und war erst nach Mitternacht nach Hause zurückgekehrt. Als er draußen am Haus hinaufschaute, hatte er zuerst gedacht, dass Gilmans Fenster dunkel gewesen sei, dann aber hatte er das schwache violette Leuchten bemerkt. Er wollte den Herrn vor diesem Leuchten warnen, denn ein jeder in Arkham wisse, dass es sich um Kesayas Hexenlicht handelte, das in der Gegenwart von Brown Jenkin und dem Geist der Alten selbst auftauchte. Er habe dies bisher nicht erwähnt, aber jetzt müsse er es erzählen, denn es bedeutete, dass Kesaya und ihr langzahniger Vertrauter den jungen Herrn verfolgten. Manchmal glaubten er, Paul Joinsky und der Hausherr Dombrovsky das Licht aus den Ritzen des versiegelten Dachbodens über dem Zimmer des jungen Herrn dringend zu sehen, aber sie waren sich einig gewesen, wäre jedoch besser für den jungen Herrn, ein anderes Zimmer zu beziehen und sich ein Kruzifix von einem Priester wie dem guten Pater Iwanicki zu besorgen. Während der Mann weiterredete, spürte Gilman, wie eine namenlose Panik an seiner Kehle wirkte. Er wusste, dass Jo halb betrunken gewesen sein musste, als er am Abend zuvor nach Hause gekommen war, doch die Erwähnung eines violetten Lichts im Dachfenster war von erschreckender Bedeutung. Es war ein derartiges Leuchten, das in den helleren, klareren Träumen, die seinem Sturz in unbekannte Abgründe vorausgingen, immer um die alte Frau und das kleine pelzige Ding herumwaberte und der Gedanke, dass eine wache zweite Person das Traumleuchten sehen könnte, war völlig außerhalb jeder Vernunft. Doch woher hatte der Kerl diese seltsame Wahrnehmung? Hatte Gilman selbst im Schlaf geredet oder war im Haus herumgelaufen? Nein, sagte Joe, das habe er nicht, aber er musste dem dringend nachgehen. Vielleicht konnte Frank Elwood ihm etwas sagen, auch wenn er ihn nur ungern fragte. Fieber, wilde Träume, Schlaf wandeln, Halluzinationen, der Drang zu einem Punkt am Himmel und jetzt der Verdacht auf wahnsinniges Gerede im Schlaf? Er musste sein Studium unterbrechen, einen Nervenspezialisten aufsuchen und seinen Zustand in den Griff bekommen. Als er in den zweiten Stock hinaufstieg, hielt er an Elwoods Tür inne, sah aber, dass der Bursche nicht zu Hause war. Widerwillig ging er weiter zu seiner Dachkammer und setzte sich in die Dunkelheit. Sein Blick war immer noch nach Südwesten gerichtet, aber er ertappte sich dabei, wie er aufmerksam auf irgendein Geräusch auf dem verschlossenen Dachboden über ihm lauschte und sich halb einbildete, dass ein böses, violettes Licht durch einen winzigen Spalt in der niedrigen schrägen Decke nach unten sickerte. In dieser Nacht, als Gilman schlief, brach das violette Licht mit gesteigerter Intensität über ihn herein, und die alte Hexe und das kleine pelzige Ding, sie kamen näher als je zuvor, verspotteten ihn mit unmenschlichen Gekreische und teuflischen Gesten. Er war froh in den undeutlich dröhnenden Abgründen des Zwielichts zu versinken, auch wenn die Verfolgung dieses schillernden Blasengebildes und dieses kaleidoskopischen kleinen Polyedas bedrohlich und verstörend war. Dann kam die Verwandlung, als riesige zusammenlaufende Flächen einer glitschig aussehenden Substanz über und unter ihm auftauchten. Eine Verwandlung, die in einem blitzartigen Rausch und einer Flamme unbekannten fremden Lichts endete, in dem Gelb Kaminrot und Indigo wahnsinnig und unentwirrbar verschmolzen. Er lag halb auf einer hohen, mit fantastischen Balustraden versehenen Terrasse, über einem grenzenlosen Dschungel Dschungel seltsamer unglaublicher Gipfel, gleichmäßiger Ebenen, Kuppeln, Minaretten, horizontaler Scheiben, die auf Zinnen thronten und zahlloser Formen von noch größerer Wildheit, einige aus Stein, andere aus Metall, die in dem gemischten, fast gleißenden Licht eines vielfarbigen Himmels herrlich funkelten. Als er nach oben blickte, sah er drei gewaltige Flammenscheiben, jede in einem anderen Farbton und anderer Höhe über einem unendlich weit entfernten, geschwungenen Horizont aus niedrigen Bergen. Hinter ihm türmten sich, soweit er sehen konnte, noch höhere Terrassen auf. Eine Stadt unter ihm dehnte sich bis an die Grenzen der Wahrnehmung aus und er hoffte, dass kein Geräusch von ihr ausgehen würde. Das Pflaster, von dem er sich mühelos erhob, war aus einem geäderten, polierten Stein, den er nicht zu identifizieren vermochte, und die Fliesen waren in bizarre gewinkelte Formen geschnitten, die ihm weniger asymmetrisch vorkamen, als vielmehr auf einer unheimlichen Symmetrie beruhend, deren Gesetze er nicht begreifen konnte. Die Balustrade war brusthoch, filigran und fantastisch gearbeitet, und entlang des Geländers reihten sich in kurzen Abständen kleine Figuren von grotesker Gestalt und vorzüglicher Kunstfertigkeit. Wie die gesamte Balustrade schienen sie aus einer Art glänzendem Metall gefertigt zu sein, dessen Farbe in diesem Wirrwarr aus gemischtem Leuchten nicht zu bestimmen war, und auch ihre Beschaffenheit ließ sich nur schwer erahnen. Es handelte sich um tonnenförmige gerippte Körper mit dünnen, horizontalen Armen, die sich speichenartig von einem zentralen Ring ausbreiteten und mit vertikalen Höckern oder Wülsten, die aus dem Kopf und der Unterseite der Tonne herausragten. Jeder dieser Wülste war die Basis eines Geflechts von fünf langen, flachen, sich dreieckig verjüngenden Armen, die wie die Arme eines Seesterns um ihn herum angeordnet waren, beinahe waagerecht, aber leicht gekrümmt vom zentralen Rumpf weg. Die Basis der unteren Wulst war mit der langen Brüstung über einen so feinen Kontaktpunkt verschmolzen, dass mehrere Figuren abgebrochen waren und fehlten. Die Figuren waren etwa viereinhalb Zoll hoch, während die stacheligen Arme ihnen einen maximalen Durchmesser von etwa zweieinhalb Zoll verliehen. Als Gilman aufstand, fühlten sich die Fliesen unter seinen nackten Füßen heiß an. Er war ganz allein und das Erste, was er tat, war zur Brüstung zu gehen und benommen, auf auf die endlose zyklopische Stadt hinunter zu schauen, die fast 2000 Fuß unter ihm lag. Während er lauschte, glaubte er, aus den engen Gassen unter ihm ein rhythmisches Wirrwarr schwacher musikalischer Töne zu vernehmen, die ein breites Tonspektrum abdeckten und er wünschte, er könnte die Bewohner dieses Ortes sehen. Der Anblick machte ihn nach einer Weile schwindelig, so dass er auf das Pflaster gefallen wäre, hätte er sich nicht instinktiv an die glänzende Brüstung geklammert. Seine rechte Hand landete auf einer der vorspringenden Figuren und ihr Halt schien ihn etwas zu beruhigen. Jedoch war das zu viel für die filigrane exotische Metallarbeit und das stachelige Etwas brach unter seinem Griff ab. Noch immer halb benommen umklammerte er es, während seine andere Hand nach einer freien Stelle auf dem glatten Geländer griff. Doch jetzt nahmen seine überempfindlichen Ohren Geräusche hinter ihm wahr und er blickte zurück über die ebene Terrasse. Fünf Gestalten näherten sich ihm leise und unauffällig, zwei davon waren die unheimliche alte Frau und das kleine pelzige Tier mit den Reißzähnen. Doch die anderen drei waren es, die ihn in Ohnmacht fallen ließen. Es waren lebende Wesen, etwa einen Meter hoch, die genau wie die stacheligen Figuren auf der Brüstung geformt waren und sich mit spinnenartigem Gezappel ihrer unteren Seesternarme fortbewegten. Gilman wachte in seinem Bett auf, durchnässt von kaltem Schweiß und mit einem brennenden Gefühl in Gesicht, Händen und Füßen. Er sprang auf, wusch den Schweiß ab und zog sich in rasender Eile an, als müsse er das Haus so schnell wie möglich verlassen. Er wusste nicht, wohin er gehen wollte, aber er ahnte, dass er wieder einmal seinen Unterricht opfern müsste. Die seltsame Anziehungskraft zu diesem Punkt am Himmel zwischen Hydra und Argo hatte nachgelassen, aber ein anderer, noch stärkerer Drang war an ihre Stelle getreten. Jetzt spürte er, dass er nach Norden gehen musste, und zwar ganz nach Norden. Er fürchtete sich davor, die Brücke zu überqueren, die den Blick auf die einsame Insel im Miskatonic freigab, und so ging er über die Brücke der Peabody Avenue. Er stolperte, denn seine Augen und Ohren waren an einen extrem hohen Punkt im leeren blauen Himmel gefesselt. Nach etwa einer Stunde erlangte er die Kontrolle zurück und sah, dass er sich weit von der Stadt entfernt hatte. Um ihn herum erstreckte sich die trostlose Ödnis der Salzwiesen und die schmale Straße vor ihm führte nach Innsmaus, Stadt, die die Menschen in Arkham seltsamer Weise nicht zu betreten wagten. Obwohl der Drang nach Norden nicht nachgelassen hatte, widerstand er ihm ebenso wie dem anderen Drang und schließlich bemerkte er, dass er den einen beinahe gegen den anderen aufwiegen konnte. Er stapfte zurück in die Stadt, kaufte sich einen Kaffee, schleppte sich in die öffentliche Bibliothek und stöberte ziellos in den leichteren Zeitschriften. Einmal traf er einige Freunde, denen auffiel, dass er seltsam sonnenverbrannt aussah, aber er erzählte ihnen nicht von seinem ausgedehnten Fußmarsch. Um drei Uhr aß er in einem Restaurant zum Mittag und stellte fest, dass der Drang entweder nachgelassen oder sich aufgeteilt hatte. Danach vertrieb er sich die Zeit mit einer schlechten Filmvorführung, die er sich wieder und wieder ansah, ohne ihr weiter Beachtung zu schenken. Gegen neun Uhr abends machte er sich auf den Heimweg und stolperte in das alte Haus. Joe Mazurevich wimmerte unverständliche Gebete und Gilman eilte hinauf in seine Dachkammer, diesmal ohne nachzusehen, ob Elwood da war. Als er das schwache elektrische Licht einschaltete, kam der Schock. Er sah, dass etwas auf dem Tisch lag, das dort nicht hingehörte und ein zweiter Blick ließ keinen Zweifel mehr zu. Auf der Seite liegend, es konnte nicht alleine stehen, war die fremdartige, stachelige Figur, die er in seinem unheimlichen Traum von der bizarren Balustrade abgebrochen hatte. Kein Detail fehlte. Der geriffelte, tonnenförmige Körper, die dünnen, strahlenförmigen Arme, die Wülste an jedem Ende und die flachen, leicht nach außen gebogenen Seestern Arme, die sich von diesen Wülsten ausbreiteten, alles war vorhanden. Im elektrischen Licht erschien die Farbe schillernd grau und grün geerdert und Gilman konnte inmitten seiner Verwirrung und seines Entsetzens erkennen, dass eine der Wülste in einem zackigen Bruch endete, der seinem früheren Befestigungspunkt am Geländer im Traum entsprach. Nur seine Benommenheit hinderte ihn daran, laut zu schreien. Die Verschmelzung von Traum und Wirklichkeit war zu viel für ihn. Noch immer wie betäubt klammerte er sich an das starrelige Ding und taumelte die Treppe hinunter zur Wohnung des Hausherrn Dombrovski. Die wimmernden Gebete des abergläubischen Webstuhlbauers schalten noch immer durch die modrigen Flure, aber Gilman kümmerte sich jetzt nicht darum. Der Hausherr war da und begrüßte ihn freundlich. Nein, er habe das Ding noch nie gesehen und wüsste nichts darüber. Aber seine Frau habe erzählt, sie sei mittags, als sie die Zimmer putzte beim Betten machen auf ein seltsames Blechding gestoßen und vielleicht sei es ja das. Dombrovski rief sie und sie watschelte herein. Ja, das war das Ding. Sie habe es im Bett des jungen Mannes gefunden, auf der Seite zur Wand hin. Es sei ihr sehr merkwürdig vorgekommen, aber natürlich habe der junge Herr viele merkwürdige Dinge in seinem Zimmer. All die Bücher und Kuriositäten, Bilder und Zeichnungen auf Papier. Sie wisse natürlich nichts darüber. Gilman ging wieder nach oben und war überzeugt, dass er entweder immer noch träumte oder dass sein Schlafwandeln unglaublicher Ausmaße angenommen hatte und ihn zu Schandtaten an unbekannten Orten verleitete. Woher hatte er dieses ausgefallene Ding? Er konnte sich nicht erinnern, es jemals in irgendeinem Museum in Arkem gesehen zu haben. Irgendwoher musste es aber kommen und sein Anblick, als er es im Schlaf an sich riss, musste das seltsame Traumbild von der Terrasse mit der Balustrade verursacht haben. Am nächsten Tag würde er einige sehr vorsichtige Nachforschungen anstellen und vielleicht den Nervenspezialisten aufsuchen. In der Zwischenzeit würde er versuchen, seinen Schlafwandel im Auge zu behalten. Während er die Treppe hinaufging und den Dachbodenflur durchquerte, streute er etwas Mehl, das er sich mit einem unumwundenen Bekenntnis zu seinem Zweck vom Vermieter geliehen hatte. Auf dem Weg dorthin hatte er an Elwoods Tür angehalten, jedoch alles dunkel vorgefunden. Als er sein Zimmer betrat, legte er das stachelige Ding auf den Tisch und legte sich in völliger geistiger und körperlicher Erschöpfung hin, ohne sich auszuziehen. Von dem geschlossenen Dachboden über der schrägen Decke glaubte er ein leises Kratzen und Schachen zu hören, aber er war zu verwirrt, um darauf zu achten. Der rätselhafte Drang nach Norden erstarkte wieder, nur dass er nun von einem tieferen Ort am Himmel zu kommen schien. Im gleißenden violetten Licht des Traums erschienen die alte Frau und das zahnbewährte pelzige Tier von neuem und mit einer grauenhaften Deutlichkeit wie nie zuvor. Diesmal erreichten sie ihn tatsächlich und er spürte, wie die vertrockneten Klauen des alten Weibes nach in Griffen. Er wurde aus dem Bett in die Leere gezogen und einen Moment lang hörte er ein rhythmisches Tosen und sah die dämmernde Gestaltlosigkeit der dunklen Abgründe, die um ihn herum brodelten. Doch dieser Moment war nur kurz, denn schon im nächsten befand er sich in einem kleinen, kruden, fensterlosen Raum mit groben Balken und Brettern, die bis knapp über seinen Kopf ragten und mit einem seltsamen schrägen Boden unter seinen Füßen. Auf dem Boden standen niedrige Kisten mit Büchern, jeden Alters und Zustands von Verfall und in der Mitte der Kammer befanden sich ein Tisch und eine Bank, die anscheinend beide an ihrem Platz befestigt war. Auf den Kisten waren kleine Gegenstände unbekannter Form und Art aufgereiht und im flammenden violetten Licht glaubte Gilman ein Gegenstück zu dem stacheligen Gebilde zu sehen, das ihn so furchtbar verwirrt hatte. Auf der linken Seite fiel der Boden abrupt ab und hinterließ ein schwarzes dreieckiges Loch, aus dem nach einem Moment lautem Polterns das hässliche kleine pelzige Ding mit den gelben Reißzähnen und dem bärtigen Menschengesicht emporstieg. Die bösartig grinsende Alte hielt ihn noch immer fest umklammert und jenseits des Tisches stand eine Gestalt die er noch nie zuvor gesehen hatte. Ein hochgewachsener dürrer Mann von tief schwarzer Färbung aber ohne das geringste Anzeichen nekruider Züge. Er hatte weder Haare noch Bart und trug als einziges Kleidungsstück ein unförmiges Gewand aus einem schweren schwarzen Stoff. Seine Füße waren wegen des Tisches und der Bank nicht zu erkennen, aber er muss beschut gewesen sein, denn bei jeder Bewegung, die er machte, gab es ein klackendes Geräusch. Der Mann sprach nicht und seine kleinen, ebenmäßigen Züge zeigten keinen erkennbaren Ausdruck. Er deutete lediglich auf ein aufgeschlagenes Buch von ungeheurem Umfang auf dem Tisch, während die Alte einen riesigen grauen Federkiel in Gilmens rechter Hand drückte. Über allem lag ein Schleier tiefsten wahnsinnigen Schreckens und der Höhepunkt war erreicht, als das pelzige Ding an der Kleidung des Träumers hinauf zu seinen Schultern und dann seinen linken Arm hinunter lief und ihn schließlich heftig in das Handgelenk kurz unterhalb der Manschette Biss Als das Blut aus der Wunde sprudelte fiel Gilman in Ohnmacht. Am Morgen des 22. erwachte er mit einem Schmerz im linken Handgelenk und sah, dass seine Manschette braun von getrocknetem Blut war. Seine Erinnerungen waren sehr verworchen, aber die Szene mit dem schwarzen Mann in dem unbekannten Raum hob sich lebhaft ab. Die Ratten müssen ihn im Schlaf gebissen haben, was den Höhepunkt dieses schrecklichen Albtraums auslöste. Als er die Tür öffnete, sah er, dass das Mehl auf dem Boden des Korridors unberührt war, abgesehen von den riesigen Abdrücken des rübelhaften Kerls, der am anderen Ende der Mansarde wohnte. Diesmal war er also nicht schlafwandelnd unterwegs gewesen, aber gegen diese Ratten musste etwas unternommen werden. Er würde mit dem Vermieter sprechen. Wieder versuchte er, das Loch am Fuß der schrägen Wand zu verschließen, indem er einen Kerzenständer mit der passenden Größe hineinstopfte. Seine Ohren klingelten fürchterlich, wie der Nachhall eines schrecklichen Lärms, den er im Traum gehört hat. Während er badete und sich umzog, versuchte er sich daran zu erinnern, was er nach der Begegnung in dem violett gefärbten Raum geträumt hatte. Aber nichts Konkretes wollte ihm einfallen. Die besagte Szene musste mit dem versiegelten Dachboden über ihm zusammenhängen, der seine Vorstellungskraft so heftig angegriffen hatte, aber die späteren Eindrücke waren schwach und verschwommen. Es gab Andeutungen von verschwommenen, düsteren Abgründen und von noch größeren und schwärzeren Abgründen jenseits dieser Abgründe, Abgründe, in denen jede klare Vorstellung von Form fehlte. Er hatte sich von dem Gebilde aus Blasen und dem kleinen Polyeder, die ihn immer umgaben, dorthin führen lassen, aber sie hatten sich, wie er selbst, zu milchigen, kaum leuchtenden Nebelschwaden in dieser weiten Leere der endgültigen Schwärze verwandelt. Etwas anderes war unbestimmten Formen verdichtete und er glaubte, dass sie sich nicht in einer geraden Linie fortbewegt hatten, sondern entlang der fremdartigen Kurven und Windungen eines ätherischen Wirbels der Gesetzen gehorchte, die der Physik und der Mathematik eines jeden denkbaren Raums unbekannt waren. Schließlich gab es eine Andeutung riesiger, hüpfender Schatten, ein monströses, halbakustisches Pulsieren und das dünne, monotone Pfeifen einer unsichtbaren Flöte. Aber das war alles. Gilman entschied, dass er dieses letzte Bild im Necronomicon aufgeschnappt hatte, in dem es um das geistlose Wesen Azatot ging, das von einem seltsamen umhüllten schwarzen Thron im Zentrum des Chaos über Zeit und Raum herrschte. Als das Blut abgewaschen war, erwies sich die Wunde am Handgelenk als geringfügig und Gilman rätselte über die Anordnung der beiden winzigen Einstiche. Ihm fiel auf, dass sich auf der Bettdecke, auf der er gelegen hatte, kein Blut befand, was angesichts der Menge auf seiner Haut und der Manschette sehr merkwürdig war. War er in seinem Zimmer schlafwandelnd unterwegs gewesen und hatten die Ratten ihn gebissen, als er auf einem Stuhl saß oder in einer weniger vernünftigen Stellung verharrte. Er suchte in jeder Ecke nach bräunlichen Tropfen oder Flecken, fand aber keine. Es wäre besser gewesen, so dachte er, wenn er nicht nur vor der Tür, sondern auch im Zimmer selbst Mehl gestreut hätte, obwohl es doch keines weiteren Beweises bedurfte, dass er schlafwandelte. Er wusste, dass er gewandelt war und jetzt galt es, dies zu verhindern. Er musste Frank Elwood um Hilfe bitten. An diesem Morgen schien das seltsame Soggefühl aus dem All nachzulassen, doch es wurde durch ein anderes, noch unerklärlicheres Gefühl ersetzt. Es war ein vager, eindringlicher Impuls, von seinem gegenwärtigen Ort davon zu fliegen, aber er hatte keinen Schimmer, in welche Richtung er fliegen sollte. Als er das seltsame stachelige Gebilde auf dem Tisch in die Hand nahm, glaubte er, dass der ältere Drang nach Norden zu gehen ein wenig stärker wurde, aber selbst dann wurde er von dem neueren und verwirrenderen Drang überlagert. Er nahm das stachelige Gebilde mit hinunter in Elwoods Zimmer und wappnete sich gegen das Heulen des Webstuhlbauers, das aus dem Erdgeschoss hinauf Drang. Elwood war da, Gott sei Dank, und er schien sich zu rühren. Es war noch Zeit für ein kurzes Gespräch, bevor er zum Frühstück und zum Unterricht aufbrach, und so erzählte Gilman in aller Eile von seinen jüngsten Träumen und Ängsten. Sein Gastgeber war sehr verständnisvoll und stimmte zu, dass etwas unternommen werden müsse. Er war schockiert über das gezeichnete, hagere Aussehen seines Gastes und bemerkte den seltsamen, abnormal aussehenden Sonnenbrand, den andere in der vergangenen Woche auch schon bemerkt hatten. Es gab jedoch nicht viel, was er sagen konnte. Er hatte Gilman noch nie bei einer schlafwandlerischen Wanderung gesehen und hatte keine Ahnung, was das seltsame Gebilde bedeuten könnte. Allerdings hatte er den Franco-Canadier, der direkt unter Gilman wohnte, eines Abends mit Masurewitsch reden hören. Sie erzählten sich gegenseitig, wie sehr sie die Walpurgis-Nacht fürchteten, die nur noch wenige Tage entfernt war und tauschten mitleidige Bemerkungen über den Armen, dem Untergang geweihten jungen Mann aus. Der Rocher, der Bursche unter Gilmans Zimmer, hatte von nächtlichen Schritten mit und ohne Schuhen gesprochen und von dem violetten Licht, das er eines Nachts gesehen hatte, als er ängstlich nach oben geschlichen war, um durch Gilmans Schlüsselloch zu spähen. Nachdem er allerdings das Licht durch die Ritzen der Tür schimmern gesehen hatte, habe er sich nicht mehr getraut, einen Blick ins Zimmer zu wagen, erzählte er Masurewitsch. Es Es hatte auch leise Gespräche gegeben, und als er begann, sie zu beschreiben, flüsterte er nur noch unhörbar. Elwood konnte sich nicht vorstellen, was dieser abergläubischen Gestalten zum Tratschen veranlasst hatte, aber er nahm an, dass ihre Fantasie einerseits durch Gilmans Angewohnheiten erst spät zu Bett zu gehen und im Schlaf zu reden und umher zu wandern und andererseits durch die Nähe der traditionell gefürchteten Walpurgisnacht angeregt worden war. Dass Gilman im Schlaf redete, war klar, und es war offensichtlich, dass Desrochers Lauschen durch das Schlüsselloch die trügerische Vorstellung vom violetten Traumlicht verbreitet hatte. Diese einfachen Leute bildeten sich schnell seltsame Dinge ein, von denen sie einmal gehört hatten. Was den Plan für das weitere Vorgehen anging, so sollte Gilman in Elwoods Zimmer ziehen und nicht mehr unbeobachtet schlafen. Elwood würde ihn, wenn er wach war, jedes Mal aufwecken, sobald er zu sprechen anfing oder sich im Schlaf erhob. Außerdem musste er sehr bald den Spezialisten aufsuchen. In der Zwischenzeit würden sie das stachelige Gebilde in die verschiedenen Museen und zu einigen Professoren bringen, um es bestimmen zu lassen und behaupten, es sei in einem öffentlichen Mülleimer gefunden worden. Außerdem musste sich Dombrovsky um die Vergiftung der Ratten in den Zwischenwänden kümmern. Von Elwoods Unterstützung bestärkt, nahm Gilman an diesem Tag wieder am Unterricht teil. Seltsame Triebe zehrten immer noch an ihm, aber er konnte sie mit beträchtlichem Erfolg ablenken. Während einer Freistunde zeigte er das seltsame stachelige Ding mehreren Professoren, die sich alle sehr dafür interessierten, obwohl keiner von ihnen etwas über seine Herkunft oder Natur sagen konnte. In dieser Nacht schlief er auf einer Pritsche, die Elwood vom Vermieter in das Zimmer im zweiten Stock hatte bringen lassen und war zum ersten Mal seit Wochen völlig frei von beunruhigenden Träumen. Das Fieber aber war noch immer da und das Geheule des Webstuhlmachers wirkte zermürbend. Während der nächsten Tage genoss Gilman eine fast vollkommene Unempfindlichkeit gegenüber morbiden Erscheinungen. Er hatte, wie Elwood sagte, keine Neigung gezeigt, im Schlaf zu reden oder aufzustehen und inzwischen hatte der Vermieter überall Rattengift ausgelegt. Das einzige Beunruhigende war das von Fantasie überschäumende Gerede der abergläubischen Ausländer. Masurewitsch versuchte ständig, ihm ein Kruzifix anzudrehen und zwang ihm schließlich eines auf, von dem er sagte, es sei von dem guten Pater Iwanicki gesegnet worden. Der Rocher wiederum bestand darauf, dass in der ersten und zweiten Nacht während Gilmans Abwesenheit leise Schritte in dem nun leeren Zimmer über ihm zu hören gewesen seien. Paul Dombrovsky schwor Brown Schenken zum ersten Mal seit dem Allerheiligen festgesehen zu haben. Aber solche naiven Berichte hatten wenig Bedeutung und Gilman ließ das billige Metallkruzifix unbeachtet an einem Griff an der Kommode seines Gastgebers hängen. Drei Tage lang durchforsteten Gilman und Elwood die örtlichen Museen, um das seltsame Stachelgebilde bestimmen zu lassen, aber immer ohne Erfolg. Überall herrschte jedoch reges Interesse, denn die völlige Fremdartigkeit des Dings war eine enorme Herausforderung für die wissenschaftliche Neugier. Einer der kleinen Seesternarme wurde abgebrochen und einer chemischen Analyse unterzogen und das Ergebnis ist in Hochschulkreisen noch immer in aller Munde. Professor Ellery fand in der seltsamen Legierung Platin, Eisen und Tilur, doch mit diesen waren mindestens drei weitere Elemente mit hohem Atomgewicht vermischt, die die Chemie absolut nicht einzuordnen vermochte. Sie stimmen nicht nur mit keinem bekannten Element überein, sondern passten nicht einmal auf die Freistellen im Periodensystem, die für wahrscheinliche Elemente reserviert waren. Das Rätsel bleibt bis heute ungelöst, obwohl das entsprechende Objekt im Museum der Miskatonic Universität ausgestellt ist. Am Morgen des 27. April tauchte in dem Zimmer, in dem Gilman zu Gast war, ein neues Rattenloch auf, das Dombrovski jedoch im Laufe des Tages verschloss. Das Gift zeigte offenbar keine große Wirkung, denn das Kratzen und Wühlen in den Wänden ging praktisch unvermindert weiter. Elwood war an diesem Abend lange unterwegs und Gilman wartete auf ihn. Er wollte keinesfalls alleine schlafen, zumal er glaubte, in der Abenddämmerung die abscheuliche alte Frau gesehen zu haben, deren Bild sich auf so schreckliche Weise in seine Träume eingebrannt hatte. Er fragte sich, wer sie war und was in ihrer Nähe mit den Blechbüchsen geklappert hatte, die auf einem Müllhaufen am Eingang eines schäbigen Hofes lagen. Das alte Weib hatte ihn scheinbar entdeckt und bösartig angegrinst. Vielleicht war das aber auch nur seine Einbildung gewesen. Am nächsten Tag fühlten sich die beiden jungen Männer sehr müde und wussten, dass sie in der Nacht wie ein Murmeltier schlafen würden. Abends diskutierten sie schläfrig über die mathematischen Studien, die Gilman so sehr in Anspruch genommen hatten und spekulierten über die Verbindungen zu alter Mystik und Volksglauben, die so unwahrscheinlich erschienen. Sie sprachen über die alte Cassiah Mason und Elwood stimmte zu, dass Gilman gute wissenschaftliche Gründe für die Annahme hatte, sie könnte auf seltsame und bedeutende Informationen gestoßen sein. Die verborgenen Kulte, denen diese Hexen angehörten, bewahrten und überlieferten oft überraschende Geheimnisse aus älteren, vergessenen Äonen. Und es war keineswegs unmöglich, dass Cassiah tatsächlich die Kunst beherrschte, durch dimensionale Tore zu gehen. Die Überlieferungen betonten die Sinnlosigkeit materieller Hürden, wenn es darum ging, die Bewegungen einer Hexe aufzuhalten und wer vermochte schon zu sagen, was hinter den alten Geschichten von nächtlichen Besenritten steckte. Ob ein moderner Student jemals ähnliche Kräfte allein durch mathematische Forschung erlangen könnte, war noch nicht abzusehen. Ein Erfolg, fügte Gilman hinzu, könnte zu gefährlichen und unvorstellbaren Situationen führen, denn wer könnte die Bedingungen vorhersehen, die in einer benachbarten, aber normalerweise unzugänglichen Dimension herrschten. Auf der anderen Seite waren die potenziellen Möglichkeiten enorm. Zeit könnte in bestimmten Bereichen des Raums nicht existieren und wenn man in einem solchen Bereich eintreten und dort verbliebe, könnte man sein Leben und sein Alter auf unbestimmte Dauer bewahren. Man würde niemals einen organischen Verfall erleiden, abgesehen von geringen Verlusten, die man bei Besuchen auf der eigenen oder ähnlichen Dimensionen erleidet. Man könnte zum Beispiel in eine zeitlose Dimension übergehen und in einer fernen Periode der Erdgeschichte so jung wie zuvor wieder eintreten. Ob dies jemals jemanden gelungen sei, könne man nicht mit Sicherheit sagen. Alte Legenden sind unklar und zweideutig und in der Vergangenheit wurden alle Versuche verbotene Grenzen zu überschreiten durch seltsame und schreckliche Bündnisse von Wesen der Außenwelt erschwert. Es gab die uralte Figur des Stellvertreters oder Boten verborgener schrecklicher Mächte, den schwarzen Mann des Hexenkults und den Nüa Latotep des Necronomikons. Es gab auch das rätselhafte Problem der kleineren Gesandten oder Vermittler, der Quasitiere und seltsamer Mischwesen, die in den Legenden als Vertraute der Hexen dargestellt wurden. Als Gilmen und Elwood sich zurückzogen, zu müde, um weiter zu diskutieren, hörten sie, wie Joe Masurevich halb betrunken ins Haus torkelte und erschauderten über die verzweifelte Wildheit seiner wimmernden Gebete. In dieser Nacht sah Gilmen das violette Licht wieder. In seinem Traum hatte er ein Kratzen und Nagen in den Zwischenwänden gehört und geglaubt, jemand rüttelte unbeholfen an der Türklinke herum. Dann sah er die alte Frau und das kleine pelzige Ding, die über den Teppichboden auf ihn zuschlichen. Das Gesicht der Alten leuchtete vor unmenschlichem Vergnügen und die kleine gelbzahnige Morbidität kicherte spöttisch, während sie auf die tiefschlafende Gestalt von Elwood auf der Liege am gegenüberliegenden Ende des Raumes zeigte. Eine Lähmung der Angst erstickte alle Versuche zu schreien. Wie schon einmal packte das grässliche Weib Gilmen an der Schulter und zerrte ihn aus dem Bett in den leeren Raum seiner Elbträume. Wieder zog die Unendlichkeit der schreienden Abgründe des Zwielichts an ihm vorbei, aber im nächsten Moment glaubte er, sich in einer dunklen, schlammigen, unbekannten, faulich stinkenden Gasse zu befinden, in der sich die verrottenden Mauern alter Häuser zu allen Seiten auftürmen. Vor ihm stand der schwarz gekleidete Mann, den er im vorherigen Traum in der verwinkelten Kammer gesehen hatte, und aus geringerer Entfernung fuchtelte die alte Frau mit ihren Klauen und schnitt eine gebieterische Kremasse. Brown Jenkin rieb sich in einer Art zärtlichem Spiel um die Knöchel des schwarzen Mannes, die der tiefe Schlamm weitgehend verbarg. Auf der rechten Seite befand sich eine dunkle, offenstehende Tür, auf die der schwarze Mann stumm deutete. Dorthin ging die Kremasse schneidender Alte und zerrte Gilman am Ärmel seines Nachthemdes hinter sich her. Es gab übel riechende Treppen, die unheilvoll knarrten und auf welche die alte Frau ein schwaches violettes Licht auszustrahlen schien und schließlich eine Tür, die von einem Treppen Absatz abging. Die alte Frau hantierte mit dem Riegel, stieß die Tür auf, gab Gilman ein Zeichen zu warten und verschwand in der schwarzen Öffnung. Seine übersensiblen Ohren vernahmen einen grässlichen, erstickten Schrei und kurz darauf kam die Hexe aus dem Zimmer und trug eine kleine bewusstlose Gestalt, die sie dem Träumer entgegen stieß, als befehle sie ihm, sie zu tragen. Der Anblick dieser Gestalt und der Ausdruck auf ihrem Gesicht brachen den Bann. Noch immer zu benommen, um stürzte er laut polternd die lärmende Treppe hinunter und in den Schlamm draußen. Er hielt erst inne, als er von dem wartenden schwarzen Mann ergriffen und gewürgt wurde. Als er das Bewusstsein verlor, hörte er das schwache, schrille Gekicher der rattenartigen Abartigkeit mit den Reißzähnen. Am Morgen des 29. erwachte Gilman in einem Mahlstrom des Grauen. Als er die sofort, dass etwas nicht stimmte, denn er befand sich wieder in seinem alten Mansardenzimmer mit den schrägen Wänden und der schiefen Decke, ausgestreckt auf dem zerwühlten Bett. Sein Hals schmerzte auf unerklärliche Weise und als er sich in eine sitzende Position kämpfte, stellte er mit wachsenden Schrecken fest, dass seine Füße und seine Schlafanzughose mit braunem Schlamm überzogen waren. Im Moment waren seine Erinnerungen hoffnungslos verschwommen, aber er wusste zumindest, dass er geschlafwandelt sein musste. Elwood war zu tief im Schlummer versunken, um ihn zu hören und aufzuhalten. Auf dem Boden waren verwochene, schlammige Abdrücke zu sehen, aber seltsamerweise reichten sie nicht bis zur Tür. Je mehr Gilman sie betrachtete, desto merkwürdiger erschienen sie ihm, denn neben den Abdrücken, die er als Designen erkennen konnte, gab es auch noch einige kleinere, fast runde Abdrücke, wie die Beine eines großen Stuhls oder Tisches, nur dass die meisten von ihnen in der Mitte in zwei Hälften geteilt waren. Es gab auch einige merkwürdige schlammige Rattenspuren, die aus einem frischen Loch heraus und wieder hineinführten. Völlige Verwirrung und die Angst, vor dem geistigen Wahnsinn, befiehlen Gilman, als er zur Tür taumelte und sah, dass es draußen im Flur keine schlammigen Fußspuren gab. Je mehr er sich an seinen schrecklichen Traum erinnerte, desto mehr Angst breitete sich in ihm aus und seine Verzweiflung wurde durch das klagende Singen von Joe Masurewitsch zwei Stockwerke tiefer noch verstärkt. Er stieg in Elwoods Zimmer hinab, weckte seinen noch schlafenden Freund und begann zu erzählen, wo er sich selbst gefunden hatte, aber Elwood konnte sich nicht erklären, was wirklich geschehen sein mochte. Wo Gilman gewesen sein könnte, wie er in sein Zimmer zurückkam, ohne Fußabdrücke im Flur zu hinterlassen und wie sich die schlammigen runden Spuren mit den Seinen in der Dachkammer vermischten, war völlig jenseits aller Vorstellungskraft. Dann waren da noch diese dunklen, leuchtenden Flecken an seinem Hals, als hätte er versucht, sich zu erwürgen. Gilman hielt seine Hände an, aber sie passten nicht einmal annähernd zu den Flecken. Während sie sich unterhielten, meldete sich Derrochet und erzählte, dass er in der Nacht ein furchtbares Poltern über sich vernommen habe. Nein, nach Mitternacht sei niemand mehr auf der Treppe gewesen, obwohl er kurz vor Mitternacht dumpfe, aber behutsame Schritte in der Mansarde gehört hatte, die ihm nicht gefielen. Es war, fügte er hinzu, eine sehr schlechte Jahreszeit für Arkem. Der junge Herr sollte besser das Kruzifix tragen, das Joe Masurewitsch ihm geschenkt hatte. Selbst tagsüber war es nicht sicher, denn nach Sonnenaufgang waren seltsame Geräusche im Haus zu hören gewesen, vor allem ein dünnes, kindliches Wimmern, das hastig erstickt wurde. Mechanisch besuchte Gilman an diesem Morgen den Unterricht, war aber völlig unfähig, sich auf sein Studium zu konzentrieren. Er war von einer schrecklichen Angst und Vermutung ergriffen und erschien, als erwarte er einen vernichtenden Schlag. Mittags aß er im Kurhaus der Universität und nahm sich eine Zeitung vom Nachbarstisch, während er auf seine Nachspeise wartete. Aber er aß diese Nachspeise nicht, denn ein Artikel auf der ersten Seite der Zeitung ließ ihn mit weit aufgerissenen Augen erstachen. Er war nur noch imstande, seine Rechnung zu begleichen und taumelte dann zu Elwoods Zimmer zurück. In der Nacht zuvor hatte es in Orns Gangway eine seltsame Entführung gegeben und das zweijährige Kind einer dümmlichen Wäschereiarbeiterin namens Anastasia Woleko war spurlos verschwunden. Die Mutter, so schien es, hatte den Vorfall schon länger befürchtet, aber die Gründe, die sie für ihre Angst angab, waren so grotesk, dass sie niemand ernst genommen hatte. Sie habe, wie sie sagte, Brown Jenkin seit Anfang März hin und wieder in der Gegend gesehen und wusste aufgrund seiner Grimassen und seines Gekichers, dass der kleine Lattislas bei dem schrecklichen Sabbat in der Walpurgis Nacht geopfert werden sollte. Sie habe ihre Nachbarin Mary Janik gebeten, in dem Zimmer zu schlafen und zu versuchen, das Kind zu schützen, aber Mary habe sich nicht getraut. Sie hätte der Polizei nichts melden können, denn die glaube so etwas nicht. Seit sie sich erinnern könne, waren jedes Jahr Kinder auf diese Weise entführt wurden und ihr Freund Pete Stowacki mochte ihr nicht helfen, weil er das Kind ohnehin aus dem Weg haben wollte. Was Gilman jedoch den kalten Schweiß auf die Stirn trieb, war der Bericht von zwei Nachtschwärmern, die kurz nach Mitternacht an der Mündung der Gangway vorbeigegangen waren. Sie gaben zu, dass sie betrunken gewesen seien, aber beide schworen, ein verrückt gekleidetes Trio gesehen zu haben, das verstohlen die dunkle Gasse betreten hatte. Es handelte sich um einen riesigen vermummten Schwarzen, eine kleine alte Frau in Lumpen und einen jungen Weißen im Nachtgewann. Die alte Frau habe den jungen Mann hinter sich her geschleift, während sich eine zahme Ratte an den Füßen des Schwarzen im braunen Schlamm rieb und wälzte. Gilman saß den ganzen Nachmittag wie betäubt da und Elwood, Schlüsse daraus gezogen hatte, fand ihn so vor, als er nach Hause kam. Diesmal konnte keiner der beiden daran zweifeln, dass sich etwas schrecklich Ernstes um sie herum abspielte. Zwischen den Albtraum Gebilden und den Tatsachen der objektiven Welt kristallisierte sich eine monströse und undenkbare Verbindung heraus und nur eine ungeheure Wachsamkeit konnte eine noch schlimmere Entwicklung verhindern. Gilman musste früher oder später einen Spezialisten aufsuchen, aber nicht gerade jetzt, wo alle Zeitungen voll von dieser Entführungsgeschichte waren. Was wirklich geschehen war, war vollkommen unklar und einen Moment lang tauschten Gilman und Elwood flüsternd die wildesten Theorien aus. Hatte Gilman seine Studien über den Raum und seine Dimensionen unbewusst viel erfolgreicher betrieben, als ihm lieb sein konnte? War er tatsächlich aus unserer Sphäre herausgeglitten zu unerwarteten und unvorstellbaren Orten? Wo, wenn überhaupt, war er in jenen dämonischen Nachtstunden gewesen? Die tosenden Abgründe der Dämmerung, der grüne Hügel, die sengende Terrasse, der Drang hin zu den Gestirnen, der ultimative schwarze Strudel, der schwarze Mann, die schlammige Gasse und die Treppe, die alte Hexe und das zähnefletschende pelzige Ungeheuer, das Blasengebilde und der kleine Pulli Eder, der seltsame Sonnenbrand, die Wunder am Handgelenk, das unerklärliche, starrelige Objekt, die schlammigen Füße, die Spuren an der Kehle, die Geschichten und Ängste der abergläubischen Ausländer, was bedeutete das alles? In wie weit konnten die Gesetze der menschlichen Vernunft in einem solchen Fall Anwendung finden? In dieser Nacht war nicht an Schlaf zu denken, am nächsten Tag aber schliefen sie beide ein. Es war der 30. April und mit der Dämmerung würde die höllische Sabbatzeit kommen, die alle Ausländer und die abergläubischen Alten fürchteten. Masurović Aber Gehör schien nach einem subtilen, unheimlichen Murmeln jenseits der Geräusche in dem alten Haus zu lauschen. Unangenehme Erinnerungen an Dinge aus dem Necronomicon und dem schwarzen Buch kamen hoch, und er ertappte sich dabei, wie er sich zu unheimlichen Rhythmen wiegte, von denen es hieß, sie gehörten zu den schwärzesten Riten des Sabbats und hätten einen Ursprung außerhalb der Zeit und des Raums, wie wir ihn kennen. Plötzlich wurde ihm klar, worauf er lauschte. Auf den höllischen Gesang der ketzerischen Hexen in dem fernen schwarzen Tal. Woher wusste er so viel über das, was sie erwarteten? Woher kannte er den Zeitpunkt, an dem Nahab und ihr Diener die übervolle Opferschale tragen sollten, die auf den schwarzen Haaren und die schwarze Ziege folgen würden? Er sah, dass Elwood eingeschlafen war und wollte nach ihm rufen, um ihn zu wecken. Doch etwas schnürte ihm die Kehle zu. Er war nicht mehr sein eigener Herr. Hatte er das Buch des schwarzen Mannes doch unterschrieben? Dann fing sein fieberhaftes, abnormales Gehör die fernen, vom Wind getragenen Gesänge auf. Über Meilen von Hügeln, Feldern und Gassen hinweg kamen sie und er erkannte sie. Die Feuer waren entfacht und der wilde Tanz begann. Wie konnte er sich nur davon abhalten, ihn dorthin zu eilen? Was war es, das ihn in seinen Bann gezogen hatte? Mathematik? Volkskunde? Das Haus? Die alte Kesaja? Brown Jenkin? Und nun sah er, dass sich in der Nähe seiner Liege ein neues Rattenloch in der Wand befand. Über dem fernen Gesang und dem näheren Beten von Joe Manzurewitsch lag ein anderes Geräusch. Ein verstohlenes, hartnäckiges Kratzen in den Wänden. Er hoffte inständig, dass das elektrische Licht nicht erlöschen würde. Dann sah er das zahnbewährte, bärtige kleine Gesicht im Rattenloch. Das verfluchte kleine Gesicht, das, wie er endlich erkannte, eine so schockierende, spottende Ähnlichkeit mit dem der alten Kesaja hatte, und er hörte ein leises Rütteln an der Tür. Die schreienden Abgründe des Halbdunkels blitzten vor ihm auf, und er fand sich hilflos von dem gestaltlosen schillernden Blasengebilde umklammert. Vor ihm raste das kleine kaleidoskopische Polyeder, und in der ganzen brodelnden Leere vernahm er ein anschwellen und eine Beschleunigung der dumpfen Tonfolge, die einem unaussprechlichen und unerträglichen Höhepunkt anzukündigen schien. Es war, als wüsste er, was kommen würde. Der tosende Rhythmus zur Valpurgisnacht, gewaltiger als jeder Sturm, in dessen kosmischen Tambre sich all die ursprünglichen, unendlichen Raumzeitwallungen bündeln würden, die hinter den geballten Sphären der Materie liegen und dessen Nachhall leicht in jede Schicht der Realität eindringt und gewissen, überall gefürchteten Zeiten abscheuliche Bedeutung verleiht. Aber all dies verschwand innerhalb einer Sekunde. Er befand sich wieder in dem engen, violett schimmernden Raum mit dem schrägen Boden, den niedrigen Kisten mit alten Büchern, der Bank und dem Tisch, den sonderbaren Gegenständen und dem dreieckigen Loch an der Seite. Auf dem Tisch lag eine kleine, weiße Gestalt, ein kleiner Junge, unbekleidet und bewusstlos, während auf der anderen Seite die abscheulich grinsende Alte stand mit einem glänzenden, grotesk geschwungenen Messer in der rechten Hand und mit einer seltsam geformten Schale aus hellem Metall mit eigenartig eingravierten Zeichen und feinen seitlichen Griffen in der linken. Mit heiseren Krächzen stimmte sie ein Ritual in einer Sprache an, die Gilmen nicht verstehen konnte, die ihm aber wie ein geheimnisvolles Zitat aus dem Necronomicon vorkam. Als die Szene immer deutlicher wurde, sah er, wie sich das alte Weib nach vorne beugte und die leere Schale über den Tisch streckte. Und da er seine eigenen Bewegungen nicht kontrollieren konnte, griff er weit nach vorne und nahm sie in beide Hände, wobei er bemerkte, dass sie verhältnismäßig leicht war. Im selben Moment kletterte die ekelhafte Gestalt von Brown Jenkin über den Rand des dreieckigen schwarzen Loches zu seiner linken. Das alte Weib wies ihn nun an, die Schale in einer bestimmten Position zu halten, während sie das riesige, groteske Messer über das kleine weiße Opfer hob, so hoch, wie ihre rechte Hand reichte. Das zähnebewehrte, pelzige Ding begann eine Fortsetzung des unbekannten Rituals zu krakehlen, während die Hexe abscheuliche Antworten krächzte. Gilmen spürte, wie eine beißende Abscheu durch seine geistige und körperliche Starre schoss und die leichte Metallschale zitterte in seinen Händen. Eine Sekunde später brach die herabsinkende Bewegung des Messers den Bann und er ließ die Schale mit einem glockenhellen Klirren fallen, während seine Hände verzweifelt nach vorne schnellten, um die abscheuliche Tat zu verhindern. In einem Augenblick hatte er sich auf dem schrägen Boden um die Ecke des Tisches geschoben, riss das Messer aus den Krallen der alten Frau und ließ es über den Rand des schmalen, dreieckigen Loches klappern. Im nächsten Moment kehrte sich das Blatt jedoch, denn die Mörderin Klauen hatten sich fest um seine Kehle geschlossen und das runzlige Gesicht war von wahnsinniger Wut verzerrt. Er spürte, wie sich die Kette des billigen Kruzifixes in seinen Nacken grub und er fragte sich in seiner Verzweiflung, wie der Anblick des Dinges selbst auf die teuflische Kreatur wirken würde. Ihre Kraft war geradezu übermenschlich und während sie ihn wirkte, griff er kraftlos in sein Hemd und zerrte an dem Metallkreuz, zerriss die Kette und holte es hervor. Beim Anblick des Dinges schien die Hexe in Panik zu verfallen und ihr Griff lockerte sich lange genug, um Gilman die Gelegenheit zu geben, sich vollständig aus ihm zu befreien. Er riss die stählernen Klauen von seinem Hals und wollte die Alte über den Rand des Abgrundes schleifen, als sie mit einmal mit einem neuen Schub an Kraft ihre Hände wieder um seine Kehle schloss. Diesmal war er entschlossen, mit gleicher Münze zu antworten und seine eigenen Hände griffen nach der Kehle der Bestie. Bevor sie merkte, was er tat, hatte er die Kette des Kruzifixes um ihren Hals gewickelt und einen Augenblick später hatte er sie so fest angezogen, dass ihr der Atem abgeschnitten wurde. Während ihres letzten Kampfes spürte er, wie etwas in seinen Knöchel biss und sah, dass Brown Jenkin ihr zu Hilfe gekommen war. Mit einem wilden Tritt schickte er das morbide Etwas über den Rand des Lochs und hörte es weit unten auf einer Ebene wimmernd aufstühlen. Ob er das alte Weib getötet hatte, wusste er nicht, aber er ließ sie einfach am Boden liegen. Dann, als er sich abwandte, sah er auf dem Tisch einen Anblick, der ihm fast den restlichen Verstand raubte. Brown Jenkin, zäh wie eine Sehne und mit vier winzigen Händen von dämonischer Geschicklichkeit hatte, während er mit der Hexe gerungen hatte, das begonnene Werk vollendet und all seine Bemühungen waren vergeblich gewesen. Er hatte verhindert, dass das Messer die Brust des Opfers durchschlug, doch die gelben Reißzähne der pelzigen Blasphemie hatten sich in ein Handgelenk gebohrt und die Schale, die eben noch auf den Boden gefallen war, stand nun bis zum Rand gefüllt, neben den kleinen, leblosen Körper. In seinem Traumdelirium hörte Gilman den höllischen, fremdartigen rhythmischen Sabbatgesang aus unendlicher Entfernung und er wusste, dass der schwarze Mann dort sein musste. Verwirrte Erinnerungen vermischten sich mit seiner Mathematik und er glaubte, dass sein Unterbewusstsein die Hinweise enthielt, die er brauchte, um in die normale Welt zurückzukehren. Zum ersten Mal allein und ohne fremde Hilfe. Er war sich sicher, dass er sich in dem versiegelten Dachboden über seinem eigenen Zimmer befand, aber ob er jemals durch den schrägen Boden oder den seit langem fest vernagelten Ausgang entkommen konnte, bezweifelte er stark. Außerdem würde ihn eine Flucht aus dem Traumzimmer nicht lediglich in ein Traumhaus führen, eine abnorme Projektion des tatsächlichen Ortes, an dem er sich befand. Er war völlig ratlos, denn dieses Zusammenspiel von Traum und Wirklichkeit war außerhalb jeder Erfahrung. Der Weg durch die düsteren Abgründe würde furchtbar sein, denn das Trommeln der Walpurgisnacht würde ihn mitreißen und schließlich würde er das bisher verborgene kosmische Donnern hören müssen, das er so sehr fürchtete. Schon jetzt konnte er ein tiefes, monströses Beben wahrnehmen, dessen Rhythmus er nur zu gut kannte. Immer zur Zeit des Hexensabbats schwoll er an und reichte bis in alle Welten, um die Eingeweihten zu namenlosen Riten zu rufen. Die Hälfte der Sabbatgesänge waren diesem leisen, kaum wahrnehmbaren Pochen nachempfunden, welches unverschleiert kein irdisches Ohr in seiner räumlichen Fülle ertragen könnte. Gilman fragte sich auch, ob er seinem Gespür trauen konnte und ob es ihn in den richtigen Teil des Raumes zurückbringen würde. Wie konnte er sicher sein, dass er nicht auf jenem grünen Hügel eines fernen Planeten landen würde, auf der mosaikartigen Terrasse über der Stadt, der tentakelartigen Ungeheuer, irgendwo jenseits der Galaxis oder in den gewundenen schwarzen Strudeln jener endgültigen Leere des Chaos, in der der geistlose Dämonen-Sultan Azathoth regiert. Kurz bevor er den Sprung wagte, erlosch das violette Licht und ließ ihn in völliger Schwärze zurück. Die Hexe, die alte Kesaya, Nahab, das muss ihr endgültiger Tod gewesen sein. Und vermischt mit dem fernen Gesang des Sabbats und dem Heulen von Brown-Chenkin in der Tiefe glaubte er, ein anderes, wilderes Heulen aus unbekannten Abgründen zu hören. Joe Masurewitsch. Die Gebete gegen das kriechende Chaos, die sich jetzt in einen unerklärlich triumphalen Schrei verwandelten, Welten sardonischer Wirklichkeit, die auf Wirbel fiebriger Träume trafen. Yeah, Schub-Nigorat, die Ziege mit den tausend Jungen. Sie fanden Gilmen lange vor Tagesanbruch auf dem Boden seiner seltsam verwinkelten alten Dachkammer, denn ein schrecklicher Schrei hatte De Rocher, Joinsky, Dombrovsky und Masurewitsch gleichzeitig aufschrecken lassen und sogar den festschlafenden Elwood in seinem Stuhl wachgerüttelt. Er war am Leben, aber mit offenen, starren Augen schien er weitgehend bewusstlos zu sein. An seiner Kehle befanden sich die Spuren von mörderischen Händen und an seinem linken Knöchel hatte er einen entsetzlichen Rattenbiss. Seine Kleidung war völlig zerrissen und Joes Kruzifix war verschwunden. Elwood zitterte und wagte nicht einmal darüber nachzudenken, welche neue Form das Schlafwandeln seines Freundes angenommen hatte. Masurewitsch schien wegen eines Zeichens, das er angeblich als Antwort auf seine Gebete erhalten hatte, halb benommen zu sein, und er bekreuzigte sich hektisch, als das Quieken und Wimmern einer Ratte von jenseits der schrägen Wand zu hören war. Nachdem sie den Bewusstlosen auf seine Liege in Elwoods Zimmer abgelegt hatten, schickten sie nach Dr. Malkowski, einem ortsansässigen Arzt, der keine Geschichten herum erzählte, die sich als peinlich erweisen könnten. Und er gab Gilman zwei Spritzen, die ihn in so etwas wie einen natürlichen Schlaf versetzten. Im Laufe des Tages kam der Patient gelegentlich wieder zu sich und flüsterte Elwood unzusammenhängend seinen jüngsten Traum zu. Es war ein schmerzhafter Prozess, der gleich zu Beginn eine neue, beunruhigende Tatsache zutage förderte. Gilman, dessen Ohren in letzter Zeit eine abnorme Empfindlichkeit aufgewiesen hatten, waren nun vollkommen taub. Der eilig herbeigerufene Dr. Malkowski teilte Elwood mit, dass beide Trommelfälle gerissen waren, wie durch den Einfluss eines gewaltigen Knalls, der jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft und Erträglichkeit lag. Wie ein solches Geräusch in den letzten Stunden vernommen werden konnte, ohne das ganze Miskatonic Valley zu wecken, war mehr als der ehebare Arzt sagen konnte. Elwood schrieb seinen Teil des Gesprächs auf ein Blatt Papier, sodass eine recht einfache Kommunikation aufrechterhalten wurde. Keiner von beiden wusste, was er von der ganzen verworchenen Angelegenheit halten sollte, und sie beschlossen, dass es besser wäre, so wenig wie möglich darüber nachzudenken. Sie waren sich jedoch einig, dass sie dieses alte und verfluchte Haus verlassen mussten, sobald es möglich war. Die Abendzeitungen berichteten von einer Polizeirazzia bei einer Gruppe merkwürdiger Herumtreiber in einer Schlucht jenseits von Meadowhill kurz vor Tagesanbruch und erwähnten, dass der weiße Stein dort seit langem abergläubisch verehrt wurde. Niemand war gefasst worden, aber unter den versprengten Flüchtigen war ein riesiger Schwarzer gesichtet worden. In einer anderen Kolumne hieß es, dass von dem vermissten Kind Ladislas Valjeko keine Spur gefunden worden sei. Die Krönung des Schreckens kam in dieser Nacht. Elwood wird es nie vergessen und war gezwungen wegen des daraus resultierenden Nervenzusammenbruchs, den Rest des Semesters dem Studium fernzubleiben. Er hatte den ganzen Abend über geglaubt, Ratten in den Zwischenwänden zu hören, ihnen aber kaum Beachtung geschenkt. Dann, lange nachdem sowohl er als auch Gilman sich zurückgezogen hatten, begann das grauenhafte Geschrei. Elwood sprang auf, schaltete das Licht ein und eilte zur Liege seines Gastes hinüber. Der Schlafende stieß wahrhaft unmenschliche Schreie aus, als würde er von einer unbeschreiblichen Folter gequält. Er krümmte sich unter dem Bettbezug und auf der Decke zeichnete sich ein großer roter Fleck ab. Elwood wagte es kaum, ihn zu berühren, aber allmählich ließen die Schreie und das Winden nach. Inzwischen drängten sich Dombrovsky, Joinsky, Desrochets, Mazurevich und der Untermieter aus dem oberen Stockwerk in der Tür, und der Vermieter hatte seine Frau zurückgeschickt, um nach Dr. Malkowski zu telefonieren. Alle schrien auf, als plötzlich eine große, rattenähnliche Gestalt unter dem blutverschmierten Laken hervorkam und über den Boden zu einem neuen, offenen Loch in der Nähe kroch. Als der Arzt eintraf und begann, die blutdurchtränkten Decken herunterzuziehen, war Wolter Gilman tot. Es wäre scheußlich, genauer zu schildern, woran Gilman gestorben war. Es war gewissermaßen ein Tunnel durch seinen Körper gegraben worden. Irgendetwas hatte sein Herz herausgefressen. Dombrovsky, verzweifelt über das Scheitern seiner ständigen Bemühungen um Rattengift, verwarf jeden Gedanken an eine weitere Vermietung des Hauses und zog innerhalb einer Woche mit all seinen früheren Untermietern in ein schäbiges, aber weniger altes Gebäude in der Walnut Street. Das Schlimmste in jener Zeit war Joe Mazurevich zum Schweigen zu bringen. Denn der grüblerische Webstuhlbauer konnte nie nüchtern bleiben und jammerte und murmelte ständig über gespenstische und schreckliche Dinge. Es scheint, dass Joe sich in jener letzten grässlichen Nacht niedergebeugt hatte, um die purpurenen Rattenspuren zu betrachten, die von Gilmans Liege zu dem nahegelegenen Loch führten. Auf dem Teppich waren sie nur sehr undeutlich zu erkennen, aber zwischen dem Rand des Teppichs und der Fußbodenleiste befand sich ein Stück offener Bodenbelag. Dort hatte Mazurevich etwas Ungeheuerliches gefunden. Oder er glaubte es, denn niemand sonst konnte ihm trotz der unbestreitbaren Seltsamkeit der Abdrücke so recht zustimmen. Die Abdrücke auf dem Fußboden waren sicherlich ganz anders als die durchschnittlichen Abdrücke einer Ratte, aber selbst Choinski und Desrochers wollten nicht zugeben, dass sie wie die Spuren von vier winzigen, menschlichen Händen aussahen. Das Haus wurde nie wieder vermietet. Nachdem Dombrovsky es verlassen hatte, begann sich der Schatten endgültiger Verwahrlosung über das Gebäude zu senken, denn die Leute mieten es sowohl wegen seines alten Rufs als auch wegen des neuen, fauligen Geruchs. Vielleicht hatte das Rattengift des ehemaligen Vermieters doch gewirkt, denn schon bald nach seinem Weggang wurde das Haus zu einem Ärgernis für die gesamte Umgebung. Die Gesundheitsbehörden führten den Geruch auf die geschlossenen Räume über und neben der östlichen Dachkammer zurück und waren sich einig, dass die Zahl toter Ratten enorm sein musste. Sie kamen jedoch zu dem Schluss, dass es sich nicht lohnte, die seit langem verschlossenen Räumer aufzubrechen und zu desinfizieren, denn die Fäulnis würde bald vorübergehen und die Gegend war nicht gerade ein Ort der hohen Ansprüche. In der Tat gab es immer wieder vage Gerüchte über unerklärlichen Gestank im Obergeschoss des Hexenhauses kurz nach Walpurgis Nacht und Allerheiligen. Die Nachbarn nahmen die Untätigkeit murrend hin, aber der Gestank war dennoch ein zusätzlicher Grund, der gegen dieses Haus sprach. Am Ende wurde das Haus vom Bauaufsichtsamt für unbewohnbar erklärt. Ilmans Träume und die damit zusammenhängenden Umstände sind nie aufgeklärt worden. Elwood, dessen Erinnerung an die ganze Angelegenheit ihm manchmal fast den Verstand traubte, kehrte im nächsten Herbst an die Universität zurück und machte im darauf folgenden Juni seinen Abschluss. Er stellte fest, dass das schaurige Gerede in der Stadt stark nachgelassen hatte, und es ist eine Tatsache, dass seit Ilmans Tod weder von der alten Kesaya noch von Brown-Schenkin etwas zu hören war, trotz gewisser Berichte über ein unheimliches Kichern in dem verlassenen Haus, das fast so lange währte wie das Gebäude selbst. Es ist ein ziemliches Glück, dass Elwood in jenem späteren Jahr nicht in Arkham war, als bestimmte Ereignisse das örtliche Gerede über ältere Schrecken abrupt wieder aufleben ließen. Natürlich erfuhr er später von der Sache und litt unter unsäglichen Qualen, finsterer und verwirrter Gedanken. Aber selbst das war nicht so schlimm, wie es die tatsächliche Nähe oder mehrere mögliche Sichtungen gewesen wären. Im März 1931 zerstörte ein Sturm das Dach und den großen Schornstein des leerstehenden Hexenhauses, sodass ein heilloses Wirrwarr aus bröckelnden Ziegeln, geschwärzten moosbewachsenen Schindeln und verrottenden Brettern auf den Dachboden stürzte und den darunterliegenden Boden durchbrach. Das gesamte Dachgeschoss war von oben her mit Schutt bedeckt, aber niemand machte sich die Mühe, das Chaos zu beseitigen, bevor das unvermeidliche Abreißen des baufälligen Gebäudes anstand. Dieser letzte Schritt erfolgte im darauf folgenden Dezember und als Gilmans altes Zimmer von widerwilligen, ängstlichen Arbeitern ausgeräumt wurde, begann der Klatsch und Tratsch. Unter dem Müll, der durch die alte, schräge Decke gestürzt war, befanden sich einige Dinge, die die Arbeiter dazu veranlassten, ihre Beschäftigung zu unterbrechen und die Polizei zu verstandigen. Später rief die Polizei wiederum den Gerichtsmediziner und mehrere Professoren der Universität hinzu. Es gab Knochen, stark zermahlen und zersplittert, aber eindeutig als menschlich zu erkennen, deren offensichtlich junges Alter in rätselhaftem Widerspruch zu der weit zurückliegenden Zeit stand, in der ihr einziges mögliches Versteck, der niedrige, schräge Dachboden über ihnen, angeblich für jeden menschlichen Zugang versiegelt worden war. Der Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass einige von ihnen einem kleinen Kind gehörten, während einige andere, die mit Fetzen von verrottendem, bräunlichem Stoff vermischt gefunden wurden, einer eher kleinen, gebeugten Frau in fortgeschrittenem Alter zuzuordnen waren. Bei der sorgfältigen Durchsicht der Trümmer wurden auch viele winzige Knochen von Ratten gefunden, die beim Einsturz gefangen worden waren, sowie ältere Rattenknochen, die von kleinen Reißzähnen auf eine Art und Weise abgenagt worden waren, die zuweilen zu Kontroversen und Diskussionen führte. Zu den weiteren Fundstücken gehörten die verstreuten Fragmente zahlreicher Bücher und Papiere, sowie ein gelblicher Staub, der vom völligen Zerfall noch älterer Bücher und Papiere herrührte. Alle schienen ausnahmslos mit schwarzer Magie in ihrer höchsten und grausamsten Form zu tun zu haben. Und das offensichtlich junge Alter einiger Gegenstände ist immer noch ein ebenso ungelöstes Rätsel wie das der menschlichen Knochen. Ein noch größeres Rätsel ist die absolute Gleichförmigkeit der krakeligen, archaischen Schrift, die auf einer Vielzahl von Papieren gefunden wurde, deren Beschaffenheit und Zustand auf Altersunterschiede von mindestens 150 bis 200 Jahren schließen ließen. Für manche ist das größte Rätsel jedoch die Vielfalt an völlig unerklärlichen Gegenständen, die in den Trümmern verstreut und offensichtlich in unterschiedlichen Zustand gefunden wurden. Gegenstände, deren Formen, Materialien, Verarbeitung und Verwendungszwecke jeder Erklärung spotteten. Eines dieser Dinge, das mehrere Professoren der Miskatonic-Universität in helle Aufregung versetzte, ist eine stark beschädigte Ungeheuerlichkeit, die dem seltsamen Gebilde, das Gilman dem Universitätsmuseum schenkte, deutlich ähnelte, nur mit dem Unterschied, dass es größer und aus einem merkwürdigen bläulichen Stein statt aus Metall gefertigt war und einen eigentümlich abgewinkelten Sockel mit unentzifferbaren Hieroglyphen besaß. Archäologen und Anthropologen versuchen noch immer, die bizarren Zeichen zu erklären, die auf eine zerquetschte Schale aus Leichtmetall eingraviert sind, deren Innenseite beim Auffinden unheilvolle, bräunliche Flecken aufwies. Ausländer und leichtgläubige Großmütter schwatzen gleichermaßen über das moderne Nickel-Kruzifix mit zerrissener Kette, das in den Müll geworfen wurde und von Joe Masurewitsch zitternd, als das identifiziert wurde, dass er den armen Gilman viele Jahre zuvor geschenkt hatte. Einige glauben, dass dieses Kruzifix von Ratten auf den versiegelten Dachboden geschleppt wurde, während andere meinen, dass es die ganze Zeit über in irgendeiner Ecke von Gilmans altem Zimmer auf dem Boden gelegen haben musste. Wieder andere, darunter auch Joe selbst, haben Theorien, die zu wild und fantastisch sind, als dass sie nüchtern betrachtet werden könnten. Als die schräge Wand von Gilmans Zimmer herausgerissen wurde, stellte sich heraus, dass der einst versiegelte dreieckige Raum zwischen dieser Trennwand und der Nordwand des Hauses im Verhältnis zu seiner Größe viel weniger Bauschutt enthielt als das Zimmer selbst. Allerdings wies er eine grässliche Schicht älteren Materials auf, welches die Abrissarbeiter vor Entsetzen lähmte. Kurz gesagt, der Fußboden war ein wahres Beinhaus aus den Knochen kleiner Kinder. Einige waren ziemlich modern, andere reichten in unendlichen Abstufungen bis in eine Zeit zurück, die so weit zurück lag, dass ihr Zerfall fast vollständig war. Auf dieser tiefen Knochenschicht ruhte ein Messer von großem Ausmaß, deutlichem Alter und groteskem, verschnörkeltem und fremdartigem Aussehen, über dem die Trümmer aufgeschichtet waren. Inmitten dieser Trümmer, eingeklemmt zwischen einer heruntergefallenen Planke und einem Haufen zementierter Ziegel des zerstörten Schornsteins, befand sich ein Gegenstand, der dazu bestimmt war, in Arkem mehr Verwirrung, verstecktes Erschrecken und offen abergläubisches Gerede hervorzurufen als alles andere, was in dem verwunschenen und verfluchten Haus entdeckt wurde. Bei diesem Gegenstand handelte es sich um das teilweise zertrümmerte Skelett, einer riesigen kranken Ratte, deren abnorme Form noch immer für Diskussionen sorgt und die Mitglieder der Abteilung für Vergleichende Anatomie der Miskatonic-Universität zu besonderer Zurückhaltung veranlasste. Über dieses Skelett ist nur sehr wenig bekannt, aber die Arbeiter, die es gefunden haben, berichteten schockiert von den langen, bräunlichen Haaren, mit denen es bedeckt war. Die Knochen der winzigen Pfoten, so wurde gemunkelt, deuten auf Greifmerkmale hin, die eher für einen kleinen Affen als für eine Ratte typisch sind. Während der kleine Schädel mit seinen wilden, gelben Reißzähnen von äußerster Abnormität war und aus bestimmten Blickwinkeln wie eine monströse, entartete Parodie eines menschlichen Schädels aussah. Die Arbeiter bekreuzigten sich vor Schreck, als sie diese Blasphemie entdeckten, zündeten aber später in der Sankt-Stanislaus-Kirche aus Dankbarkeit Kerzen an, weil sie glaubten, das schrille, gespenstische Kichern nie wieder hören zu müssen. Träume im Hexenhaus von Howard Phillips Lovecraft Gelesen von Benjamin Werner Gelesen von Benjamin Werner Gelesen von Benjamin Werner